Hallo, mein Name ist Eko Primulka, ich bin der Autor von Judas Comics und Origins Comics und ich wünsche euch, zu hören, den Podcast Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker! Hallo und herzlich willkommen zur 130. Ausgabe eurer Comic Cookies, eurem Comic Podcast. Und es ist manchmal so, dass wir nicht alle vier hier so mit dabei sein können. Und naja, es gibt so Menschen, die kann man nicht ersetzen. In dem Fall ist es der liebe Breedstorm. Der kann leider hier und heute bei dieser Aufnahme nicht mit dabei sein. Ja, und da haben wir uns gedacht, damit wir hier nicht nur zu dritt rumstehen müssen, machen wir ein AAA-Podcast raus. Denn wir haben uns noch einen Gast mit dazu geholt. Jemanden, den man eigentlich gar nicht großartig weiter vorstellen muss. Er hat auch hier schon sein eigenes Interview-Special bei den Comic Cookies gehabt. Und es ist mir eine wahre Freude, dass er heute mit am Start ist. Nicht, um den Breedstorm zu ersetzen, weil letztlich, wie gesagt, kann man ihn nicht ersetzen. Aber es ist auf jeden Fall voll die gute Ergänzung und so. Ich freue mich mega, dass er da ist. Er ist Comiczeichner, Illustrator, Podcaster, Science-Fiction-Fan, Vater und einfach auch ein mega krasser Typ. Moinsen, Adrian. Moinsen. Ja, freut mich auch sehr, dabei zu sein. Und Breedstorm nicht zu ersetzen, aber zu ergänzen. Und du unterstützt heute den restlichen Teil der Comic Cookies. Das sind in dem Fall außerdem noch mit der Andi und der Patrick. Hallihallo. Servus. Hoi. Schön. Ja, und der Adrian, der kennt die Comic Cookies auch schon. Der weiß also, dass wir hier jeweils zwei Comics vorstellen wollen. Und am Ende in der Cookies Code Authority widmen wir uns einem großen gemeinsamen Comic. Und dieser große gemeinsame Comic, das wird in dem Fall sein, Zur Sonne von Matthias Lehmann. Und der hat sich als Zeichner, der ja ist, Leute mit dazu geholt, die ihm quasi beim Szenario helfen. Also vermutlich die Texte schreiben und so. Und dann ist hier dieser Comic Zur Sonne entstanden. Warum der Adrian hier vielleicht bei der Besprechung nicht ganz unvoreingenommen ist, das werden wir auf jeden Fall noch rausbekommen. Dann ganz am Ende müsst ihr also mit am Ball bleiben und bis zum Schluss durchhören. Ja, lieber Adrian, du hast aber auch noch zwei ganz normale Comics heute mit dabei. Welche sind es denn? Ganz normale Comics, ja. Ich habe die Comics zur Serie The Orville dabei. Und ich habe den Comic Friday von Ed Brubaker und Markus Martin am Start. Super. Patrick, was hast du heute mitgebracht? Ich habe den Comic Postal aus dem Skinless Crow Verlag und mit leeren Augen vom Splitter Verlag mitgebracht. Sehr gut. Andi, was hast du dabei? Den Comic Wie Dinge sind vom Avant Verlag und den Comic, beziehungsweise die zwei Comics. Es ist eine kurze Reihe, deswegen habe ich beschlossen, einfach beide Bände hier mitzubringen. Also Atom Agency bei Carlsen. Und bei mir gibt es zum einen Go-Renga. Das ist quasi ein Power Ranger Manga von Himitsu Sentai, der jetzt nach vielen Jahren in einer ersten Auflage, in einer deutschen ersten Auflage erscheint. Der ist schon aber eigentlich ganz schön alt. Und dann noch ein echter Klassiker. Ich möchte heute V wie Vendetta besprechen von Alan Moore und David Lloyd. Ja, lieber Adrian, ich würde jetzt einfach mal so ganz kackdreist über die große nochmal Detailvorstellung von dir drüber hinweg springen. Denn wer ein bisschen mehr zu dir wissen möchte, der kann das ja machen, indem er unter anderem mal reinhört in das große Interview-Special, das wir hier hatten. Ich glaube, der Andi hat es mit dir geführt. Ich glaube, der Breedstorm war auch mit dabei. Und da ging es ja unter anderem auch um die hoffentlich bald erscheinende Jazam-Ausgabe. Wann ist denn jetzt soweit? Ja, das ist immer noch hoffentlich bald. Also wir haben dann kurz nach der Podcast-Aufnahme unseren Kickstarter erfolgreich beendet und das Geld für den Druck reinbekommen. Und hatten eigentlich auch den Plan, das Ende 2022 noch komplett fertig zu machen und rauszuschicken. Aber dann kam der Herbst und der Winter mit einer riesigen Menge von fiesen Infektionskrankheiten, diejenigen in der Redaktion, die kleine Kinder haben, ganz besonders hart getroffen haben. Und dadurch sind wir einfach zwischen September und jetzt quasi zu überhaupt nichts gekommen und konnten deswegen nicht so die letzten paar Comic-Panels fertigzeichnen und die letzten paar Feinheiten am Layout noch fertigstellen. Und deswegen wird es jetzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Monate fertig, kann ich jetzt sagen. Aber es fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel. Aber ja, es ging einfach wirklich nicht in der Zeit, daran zu arbeiten. Wir hatten Corona, wir hatten Grippe, wir hatten alles. Das ist das komplette Programm der guten Laune, ich merke schon, da beneide ich dich nicht drum. Ja, mega, aber schön, dass wir Comic-Fans uns darauf freuen können. Worauf wir uns jetzt auch freuen können, ist deine erste Besprechung. Und ich würde jetzt einfach mal ins kalte Wasser schubsen, du hast vielleicht sogar schon mal eine Comic-Cookie-Folge gehört. Erzähl uns doch mal, wovon handelt dein erster Comic und wie hat er dir gefallen? Jo, also als erstes würde ich mal diese Comics zu The Orville vorstellen. Das ist die Science-Fiction-Serie, die viele bestimmt kennen. Gibt's in Deutschland, glaube ich, bei Disney+. Unter anderem, ich glaube, bei ProSieben oder so lief das auch mal. Und da gibt's drei Bände, die, da stelle ich eigentlich im Grunde alle drei vor. Der erste Band ist Season 1.5, New Beginnings. Der spielt zwischen Staffel 1 und 2. Und dann gibt's zwei Bände, die zwischen Staffel 2 und 3 spielen. Die erste ist Season 2.5, der eine heißt Launch Day, der andere heißt Digressions. Die sind beim Dark Horse Verlag erschienen und sind alle geschrieben von David A. Goodman, gezeichnet von David Cabeza und koloriert von Michael Atelier. Und David A. Goodman, das ist so ein bisschen das Besondere an diesen Comics für mich auch, ist einer der Hauptautoren auch der Serie. Und überhaupt schon so ein bisschen ein alter Hase im Science-Fiction-Serien-Geschäft. Der hat unter anderem die legendäre Futurama-Folge mit dem Star Trek-Original-Cast geschrieben. Ich glaube irgendwie vier oder fünf Folgen von Star Trek Enterprise geschrieben. Und ist jetzt bei The Orville eben auch im Writers' Room und ist da auch Produzent. Und für diejenigen, die The Orville nicht kennen, das ist im Grunde Star Trek The Next Generation nur irgendwie ein kleines bisschen anders. Also Seth MacFarlane, der ja auch irgendwie Family Guy und Ted und so verschiedene Comedy- und Animationssachen gemacht hat, ist wohl ein riesengroßer Star Trek-Fan. Hatte wohl auch mal eine kleine Rolle in Star Trek Enterprise irgendwie so als Hintergrundfigur. Und wollte immer seine eigene Star Trek-Serie machen. Und statt aber halt eine offizielle Star Trek-Serie zu machen, hat er einfach gesagt, ich mache mein eigenes Ding, das ist einfach ganz ähnliches wie Star Trek. Aber ein bisschen anders, anders genug, dass ich nicht verklagt werde. Und gesagt, das muss am besten genauso sein wie die Star Trek-Serie in den 90er, nur halt mit modernen Effekten und ein bisschen mehr Komödie. Und da ist The Orville entstanden. Und das ist gerade bei Star Trek-Fans ganz schön beliebt. Ich mache hier auch einen Star Trek-Podcast, bin selber großer Star Trek-Fan. Dachte mir aber, hier im Podcast stellt, glaube ich, Andi immer schon die ganzen aktuellen Star Trek-Comics vor. Das heißt, da gibt es gar nicht so viel, was ich gelesen habe, was hier noch nicht vorgestellt wurde. Also springe ich so ein bisschen in die Parallelwelt von The Orville und erzähle mal was über diese Comics. Und ja, also ich finde für so ein Spin-off-Comic, für so ein Begleit-Comic zur Fernsehserie ist das richtig gut geworden. Im Grunde sind in jedem von diesen drei Bänden immer so zwei Episoden, die in etwa auch dem entsprechen, was so eine Orville-Fernseh-Episode sind. Die sind dann jeweils, glaube ich, aus zwei Heften ursprünglich zusammengesetzt. Und erzählen also Geschichten, die zwischen diese Staffeln von The Orville passen. Und ja, fücken sich wunderbar in dieses Universum ein und fangen irgendwie so diesen Vibe der Serie gut ein. Sind lustig und originell und coole Science-Fiction-Stories. Und was ich irgendwie auch besonders finde, ist, dass so Eigenheiten der Serie mit rübernimmt. Zum Beispiel in der Serie gab es ja immer mal wieder so Gastauftritte von sehr bekannten SchauspielerInnen. Zum Beispiel irgendwie kam Liam Neeson mal kurz vor. Charlize Theron war mal in einer Folge dabei. Oder verschiedene Star Trek-Leute wie Robert Picardo oder so. Und in den Comics gibt es tatsächlich auch so Gastauftritte. Allerdings nicht wirklich gecredited, sondern es sind einfach nur Figuren, die so gezeichnet sind, und dass klar ist, wer das wäre, wenn das eine Folge wäre. Da gibt es dann zum Beispiel eine Raumschiff-Kapitänin, die sieht aus wie eine junge Sigourney Weaver. Oder so ein Wissenschaftler, der sieht eindeutig aus wie Stellar Skarsgard. Und so ein bisschen sich so die Gastauftritte geholt. Und dass man die so gut erkennt, liegt halt auch daran, dass die Comics halt wirklich auf eine Art gezeichnet sind, wo man extrem gut erkennt, wer das immer sein soll. Also es ist ja oft so bei diesen Lizenz-Comics, dass man so ein bisschen raten muss, welche Darstelle das jetzt sein sollen. Und die nur so ungefähr aussehen wie SchauspielerInnen. Aber hier ist es wirklich perfekt eingefangen. Und in jedem Paddle sieht man sowohl vom Ausdruck als auch von der Ähnlichkeit, welche Figur das sein soll. Und das hat der David Cabeza und seinen Colorist auch wirklich sehr gut gemacht. Und gleichzeitig ist es auch so ein sehr klarer Stil. Also es ist jetzt nicht irgendwie stark stilisiert oder besonders verkünstelt, sondern es ist so wie die Serie halt auch. Die Serie hat so einen sehr simplen visuellen Stil. Nicht so wie eben die modernen Star Trek-Serien zum Beispiel, die sehr viel mit ganz ausgefallenen Kamerafahrten und extremen Beleuchtungen und besonderen Linsen machen. Im Weltraum erkennt man meistens gar nicht, was für ein Schiff da irgendwie auf was für ein anderes Schiff zufliegt, weil da so viele Lens-Flares und Kameraeffekte und so drin sind. Sondern bei The Orville erkennt man immer alles perfekt, ist alles gut beleuchtet, alles irgendwie so sehr clean. Und genau das fängt halt dieses Artwork von dem Comic auch ein. Und ja, ich würde sagen, jeder, der Fan von dieser Serie ist oder die Serie guckt, sollte diese Comics auch mal sich angucken. Und kriegt da eben schöne Zusatzgeschichten mit diesen Figuren. Echt großartig, dass du dir endlich mal die Comics vorstellst zu The Orville, die ich auch schon lang auf dem Schirm habe. Patrick und ich, wir haben beide auch natürlich, soweit ich weiß zumindest, diese Serie gesehen. Und ich finde es schon echt ein bisschen taurig, dass es jetzt vermutlich vorerst vorbei ist mit der Serie. Mal gucken, ob da jemals irgendwas noch kommen wird. Oder ob das einfach klanglos untergeht. Ja, ich glaube, Sir McFarlane hat letztens gesagt, dass er optimistisch ist, was eine vierte Staffel angeht. Also wer weiß. Ach ja. Okay. Toi, toi, toi. Ein paar Darsteller sind jetzt aktuell an andere Serien gebunden, weil die natürlich, nachdem es bekannt gegeben wurde, dass das jetzt erstmal nicht weitergeht, dass die dann natürlich erstmal woanders aufgenommen wurden. Aber sagen wir mal, in drei, vier Jahren werden die Serien von denen suboptimal gelaufen sind. Da steht wahrscheinlich in der Reunion nichts im Weg. Ein Film halt oder sowas. Ist mir doch egal. Ja, oder genau. Gibt denn ganz nur die Firefly so einen schönen Abschlussfilm. Wäre auch geil. Wir haben das nicht nur beide gesehen. Wir haben dazu auch den einen oder anderen Cast gemacht in der Vergangenheit. So als Erinnerung. Neben so ein paar anderen Science-Fiction-Serien. Ich finde es super, wie Orville. Auch wenn bei mir der Comedy-Anteil in der dritten Staffel irgendwie so ein bisschen zurückgefahren wurde, hat das zum Schluss hin nochmal so ein paar richtig schöne emotionale Momente gehabt. Ich sehe hier auch den Wiedererkennungswert bei dem Comic. Also du erkennst die Darsteller wieder. Du erkennst die Farbgebung wieder. Das ist herrlich nostalgisch, wie auch wie Orville quasi selber ist. Weil der Hintergrundgedanke bei Seth MacFarlane war eben damals, dass ihm diese neuen Star Trek-Sachen nicht so gut gefallen hat. Und dann wollte er das bessere, klassischere Star Trek machen. Dadurch ist es wie Orville entstanden. Bis Strange New World war er das bessere Star Trek lange Zeit. Sag mal, Adrian, bei der TV-Serie ist es ja so, dass ich finde, dass die Art des Humors, die hat sich im Laufe der Staffeln schon irgendwie enorm geändert. Währenddessen es teilweise sehr klamaukig war und man so ein bisschen das Gefühl hatte, oder ich das Gefühl hatte, als würde die Serie sich da noch irgendwie in der Form selbst suchen, hatte sie dann im Laufe der Staffeln durchaus, sage ich mal, einen gewissen regelmäßigeren Umgang mit Humor. Wie ist denn hier Humor in dem Comic umgesetzt? Funktioniert da? Ist er überhaupt drin? Erzähl mal. Also ich würde sagen, es entspricht eher den späteren Staffeln. Also es ist jetzt nicht so diese sehr klamaukige Sache, die wir in der ersten Staffel noch hatten, sondern eher dieses Ding, okay, wir sind im Grunde so auf dem Ersthaftigkeitslevel von den klassischen Star Trek-Serien, nur mit so ein bisschen mehr Humor. Und ich würde sagen, das fängt der Comic ganz gut ein. Also da ist natürlich auch nicht jede Episode gleich. Manche haben ein bisschen mehr Comedy-Anteil, manche ein bisschen weniger. Aber im Vordergrund stehen eigentlich immer die Science-Fiction-Geschichten und auch so ein bisschen die sozialen Allegorien, die da oft mit drin mit reinspielen. Wie das ja beim klassischen Star Trek auch meistens so war. Okay. Ja, nice. Zum Artwork hattest du gemeint, man erkennt die Gesichter wieder. Es ist generell sehr, ich weiß nicht, wie sagt man, also es ist naturgetreu? Ja, es ist relativ realistisch. Realistisch, danke schön. Genau, es ist... Vor allem auch in der Koloration dann nochmal eben sehr realistisch durchschattiert. Also dadurch erkennt man die SchauspielerInnen auch so gut. Aber es hat auch eine gewisse Stilisierung. Also man hat jetzt auch nicht die ganze Zeit das Gefühl, auch wenn es vielleicht teilweise so gemacht wurde, als würden hier nur Fotos durchgepaust oder Screenshots durchgepaust, sondern der Zeichner ist einfach wirklich, glaube ich, technisch sehr versiert und macht das in so einem sehr cleanen, relativ realistischen Stil, der einfach auch eben zu den visuellen Aspekten von der Serie einfach auch perfekt passt. Weil eben die Serie, die hat halt auch keine großen Schnörchsel, was so die Bilder angeht, was die Kameraführung angeht oder die Beleuchtung, sondern das so, ja, halt so ein bisschen so wie Fernsehen aus den 90ern inszeniert. Auf eine positive Art und Weise, würde ich sagen. Und das fängt der Comic ziemlich perfekt ein und ist eben wirklich sein technisch richtig gut gezeichnet. Aber ohne jetzt eben sich so besonders zu verkünsteln, sondern bleibt eben größtenteils also im Realismus und bei der Ähnlichkeit zu den Figuren und zu den Sets aus der Serie. Mega. Bei Dark House erscheint das Ganze, hattest du gemeint, weißt du irgendwas von einer deutschen Übersetzung? Soweit ich weiß, gibt es keine deutsche Version. Ja, also es ist wahrscheinlich auch zu nischig. Also ich denke mal, viele Fans, die das interessieren würden, holen sich halt, wie ich, die englische Ausgabe und ich weiß nicht, ob dann für einen deutschen Verlag noch so viel übrig wäre. Verstehe. Nice. Andi, würdest du es dir mal anschauen oder ist es genau wie Star Trek jetzt vielleicht nicht so direkt auf deiner Liste? Sag mal nicht genau wie Star Trek. Also Star Trek habe ich geguckt, also zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Bin da durchaus noch interessiert. Also ich weiß, dass die Oval existiert. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, wer es macht. Ich habe nichts davon gesehen. Von daher wären die Comics jetzt auch nicht das Erste, wozu ich greifen würde. Mega. Patrick, du schienst ziemlich zuversichtlich, das irgendwann auch mal zu lesen, oder? Ja. Mir haben auch die Leseproben gerade ziemlich gut gefallen. Also das, was ich da gerade auf die Schnelle gefunden habe, top. Top. Sehr gut. Prima. Ja, dann Patrick, dann mach doch mal gleich weiter mit deinem ersten Comic für heute. Okay. Ich habe hier von Skinless Crow, ich glaube einen österreichischen Verlag, der unter anderem von David Boller vertrieben wird, ein Comic namens Postle, nicht zu verwechseln mit dem legendär-skandalösen Videospiel. Habe ich echt gedacht, es geht darum, ey. Nee. Oder mit dem Uwe-Boll-Film, der ja auch eine Videospiel-Adaptation ist. Nein, es geht eben um eine Kleinstadt in Wyoming, wo eine sehr strenge Bürgermeisterin, sehr strenges Regiment hat. Einfach deswegen, weil alle in dieser Stadt sind geflüchtete Kriminelle, die auf der Flucht sind. Deswegen dürfen die auch keine Handys benutzen oder so, weil sie sonst von der Regierung geortet werden könnten. Und die haben sich jetzt in so einer Art Schweden-artigen oder Twin Peaks-artigen Clanstadt verschanzt und versuchen, ihr Leben zu leben. Bis dann eben etwas passiert, dass die ganze Geschichte ein bisschen aufrollt. Also nach 25 Jahren passiert hier der erste Mord und der Sohn von der Bürgermeisterin, natürlich jemand mit Asperger-Syndrom, der dann natürlich alles total flashback-artig sieht und quasi das so beschreibt, dass er jedes Licht bei sich im Hirn quasi verdrahten muss, fängt dann an zu ermitteln und wirbelt dann damit einigen Staub auf. Und ja, vielmehr will ich dazu nicht spoilern. Es ist interessant, dreckig. Es ist jetzt nicht ultrabrutal, aber es ist ein netter, kleiner Krimi, wo ich finde, ja, über das Deutschpreis-Leistungs-Verhältnis reden wir da nicht. Aber es ist schön gemacht und als Bonus gibt es dann eben auch Kriminalakten von all diesen gefährlichen Insassen oder zumindest von denen, die wir gesehen haben. Bei einer tausendköpfigen Stadt kannst du nicht erwarten, dass da jetzt tausend Seiten über all diese Leute sind, sondern die, die da gerade im Fokus sind. Und ja, ein netter, schöner Krimi. Mir gefiel gerade dieses Zwielichtige, auch, dass man hier das Asperger-Syndrom aufgegriffen hat. Es ist nur, das muss ich jetzt dazu sagen, in zwei Teile gesplittet. Und deswegen kann ich noch nicht sagen, wie es ausgeht. Ich habe mir aber das US-Paperback dann für einen Bruchteil dessen bestellt, was es in der deutschen Auflage kosten würde. Einfach deswegen, weil hier ein Trade-Paperback wegen diesem Verlag 29,50 Euro kosten würde. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Ich gönne dem Verlag quasi jeden Erfolg, aber ich als Viehleser gucke dann schon auf den Euro. Und David Boller und Co. haben sich quasi draufgeschrieben, dass die quasi einen kleinen Verlag haben, wo es keine digitalen Schnickschnacks gibt, streng limitiert. Dass die kleine Perlen uns quasi präsentieren und das dann eben auch für Sammler vertreiben. Es steht hier wirklich so auf der Seite. Ich fand es sympathisch. Werd definitiv den zweiten Teil lesen. Und dachte, ja, es ist mal ein netter kleiner Krimi, den man sich so zwischendurch ansehen kann. Mit seinen Ecken und Kanten und ein paar interessanten Figuren. Ja, interessant. Und du sagst einen zweiten Teil. Ich habe jetzt echt versucht, mal ein bisschen einen Überblick zu gewinnen, was es denn jetzt eigentlich gibt. Und ich bin überfordert. Es scheint verschiedene Trades zu geben, die verschiedene Hefte sammeln. Also es sind mal mindestens 25 Issues, also Hefte, US-Hefte. Dann nochmal irgendeine Art Spin-Off mit einer Handvoll Heften. Und dann nochmal was namens Postal Deliverance. Also es sind eine Menge Hefte. Wie viele Hefte waren jetzt bei dir drin? Vier, sechs? Vier, fünf höchstens. Ja, okay. Weil dann wäre das wirklich nur der Anfang von mal mindestens in dem Fall sieben Trades, die es, wenn es parallel zum Astings erscheint, geben dürfte. Deswegen bin ich ja auch eine Geplatte. Ja, genau. Ich fand zwei von sieben. Ja. Deswegen bin ich auch nach der ersten Ausgabe dann auf die US-Ausgaben umgestiegen. Es sind sogar hier nur vier Kapitel. Also wirklich ein Bruchteil. Wie bist du darauf gestoßen? Mich interessiert vor allem der Titel selbst als auch der Verlag, von dem ich noch nie gehört habe. Ich bin im Prinzip darauf gestoßen, dass ich mal wieder in Frankfurt war, im Kino war und dann einen kleinen Abstecher im Comic-Shop gemacht habe. Und Ecki hat mir dann da diesen kleinen Verlag nahegelegt. Und dann habe ich mir da spontan mal Postel gegriffen. Mhm. Weil er meinte ja, das müsste doch dein sein, das ist blutig, das ist brutal. Also so werde ich schon abgestempelt. Mhm. Und so blutig und brutal ist es nicht. Aber ich fand im Prinzip, war das mal ein netter Einblick auf einen neuen Verlag, den ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen habe ich mir da mal, wegen der Neugierde von diesem Verlag, den ich davor noch nicht kannte, eben hier das erste Trade geholt. Und hattest du auch eigentlich eine Comic-Umsetzung des Videospiels erwartet? Nein. Nicht? Okay. Da hättest du schon direkt auf dem Cover quasi den Katzenschalldämpfer oder irgendwas Ikonisches wie den Dude sehen müssen. Ich habe das da nicht erwartet. Und gerade bei unserem aktuellen Videogame-Hype würde dann dick und fett auf dem Cover stehen, basierend auf dem populären Videogame irgendwas oder auf dem kontroversen Videogame. Mhm. Stehe. Irgend so ein Sticker wäre da immer gewesen. Klingt nach einem Genre-Comic, Andi. Würdest du da denn mal reinschauen wollen? Ich habe jetzt mal ein bisschen in die Leseprobe auf der Website halt geguckt. Ich finde es jetzt zeichnerisch nicht so ansprechend. Also wenn es jetzt beim Lesen dann sich irgendwie entfaltet, dass es wirklich spannend ist, packend ist, was auch immer, dann klar. Aber so zeichnerisch hat es mich jetzt nicht angesprochen. Ja und Adrian, was mit dir? Könntest du damit was anfangen? Du hast ja parallel auch ein bisschen gegoogelt. Ja, ja, genau. Ich gucke mir auch gerade die Seiten an. Ich fand es auch erstmal spannend, dass ich von diesem Verlag noch gar nicht gehört hatte, obwohl ich den David Buller natürlich kenne. hatte auch von der Serie noch nicht gehört. Ich würde sagen, zeichnerisch ist es auch nicht so hundertprozentig meins. Und dann irgendwie 30 Euro pro 100 Seiten ist doch eine ganz schön fatte Hausnummer. Ich würde jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste landen. Wie sieht es bei dir generell aus mit so Horror-Comics? Liest du da gelegentlich mal einen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also der zweite Comic, den ich heute vorstelle, geht auch ein bisschen in die Richtung. Mega. Andi, dann ist dein Moment gekommen. Vielleicht stellst du uns deinen ersten Comic vor. Ja, dann gehen wir mal weg von dem düsteren Genre-Comics und kommen zu Wie Dinge sind. Erschienen beim Anne-Wand Verlag im Jahr 2020. Also nicht mehr ganz frisch. Und die englischsprachige Ausgabe ist schon 2017 bei Koyama Press erschienen. Übersetzung ist von Johann Ulrich. Und gezeichnet, geschrieben ist das von einer Person, die sich nur mit den mit dem Buchstabenkürzel GG bekannt gibt. Ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert, um herauszufinden, wer da vielleicht dahinter steckt. Also die Person scheint eigentlich Ging Wong zu heißen, aber taucht eben überall nur als GG auf. Und ich glaube, man spricht es auch anders aus. Das ist eine Kanadierin oft mit chinesischen Eltern, also das Kind chinesischer Einwanderer in Kanada. Und um so eine Thematik geht es auch in dem Comic. Ich habe den aus der Bücherei ausgeliehen gehabt und habe den beim ersten Lesen sehr, ich fand das sehr spannend, den zu lesen und hatte ihn aber nicht komplett umrissen. Und das war, glaube ich, auch das, was ich damit auch gleich so spannend fand. war wirklich so die Erzählweise, die für mich zumindest mehrfaches Lesen irgendwie auch herausgefordert hat und auch in der Recherche und im Lesen über den Comic nach der ersten Lektüre habe ich dann so Sachen gelesen, wo ich mir dachte, echt, das ist da drin, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Da habe ich dann wahrscheinlich gerade irgendwie unaufmerksam gelesen und dann musste ich es nochmal lesen. Okay, verstehe ich alles. Also, es geht um eine junge Frau, die eben auch, also wie es hinten auf dem Comic heißt, die Geschichte einer jungen Frau der zweiten Generation die trotz der auf ihr lastenden Erwartungen versucht, ihren eigenen Weg im Leben zu finden. Also, es geht um eine junge Frau, sie hat also chinesische Eltern, die Mutter ist körperlich etwas versehrt, der Vater scheint mit Demenz zu tun zu haben und diese junge Frau kämpft also im Alltag mit dieser Identität als Tochter chinesischer Eltern, mit den Erwartungen Erwartungen der Eltern an sie, mit den Erwartungen der älteren Generation aus einer anderen Kultur und aber auch dem Finden der eigenen Identität, des eigenen Lebens, unabhängig der Eltern und dieser Erwartungen eben in einer kanadischen, vermutlich kleineren Stadt. Das ist jetzt nicht genauer spezifiziert in dem Comic und alles, was ich so sage darüber, ist aber auch schon eigentlich Interpretation dessen, was in dem Comic präsentiert wird. Also wir sehen diese junge Frau interagieren mit den Eltern, sie geht durch die Straßen und fotografiert Szenen, Sequenzen, Alltagssachen und in einem Moment sieht sie auf der anderen Straßenseite plötzlich eine andere junge Frau, die ihr irgendwie recht ähnlich sieht und das scheint sie irgendwie zu beschäftigen, dass da jemand anders ist, der sie eventuell sein könnte und dann schaut sie sich, sie sieht diese andere Dame eben auch in einem Haus verschwinden und dann an einem anderen Tag schaut sie sich dieses Haus mal an und wird von der Vermieterin auch tatsächlich verwechselt mit der Dame, die dort wohnt und wird in das Haus gelassen und dann ist sie also in dieser fremden Wohnung und imaginiert sich so in ein anderes Leben es stellt sich also vor das könnte meine Wohnung sein das könnte mein Leben sein es gibt Rückblicke in ihre Kindheit die auch ihre Familien Geschichte mit beleuchten und den Leser an die Hand nehmen zur Findung einer Erklärung was die Situation dieser jungen Dame eben ist der Comic klärt es aber tatsächlich dann auch nie so richtig auf was es mit diesen zwei jungen Damen auf sich hat also existiert diese zweite Frau überhaupt tatsächlich so wie wir es als erstes annehmen und auch hier ich habe ihn jetzt zweimal aufmerksam gelesen und dann nochmal so durchgeblättert und nochmal so teilweise so ein bisschen gelesen und ich habe immer noch das Gefühl da ist immer noch mehr Interpretations Spielraum da da ist immer noch mehr zu entdecken als ich so ja wie gesagt beim ersten Lesen alles selber mitgenommen habe der Comic ist relativ wortkarg also es gibt viele stumme Panels mag ich ja immer sehr gerne und auch der der Text ist nicht in Sprechblasen präsentiert sondern immer so unter den Panels in einzelnen Zeilen die Dialoge es gibt keinen Erzähltext sondern das ist alles gesprochene Text das ist etwas wo ich mal eigentlich nicht so sehr von angezogen bin was aber in diesem Comic für mich dann doch sehr gut funktioniert hat er ist in schwarz weiß ich vermute digital gezeichnet sieht für mich sehr danach aus aber in einem ja sehr schönen angenehmen Stil relativ realistisch aber schon auch mit Verknappungen in der Zeichnung mit Stilisierungen und es ist einfach so ein bisschen eine mysteriöse Geschichte eine menschliche Geschichte eine emotionale Geschichte aber eben wie gesagt mit ganz viel Leerstellen auch die der Leserschaft die Möglichkeit lassen da irgendwie ja noch gedanklich tiefer einzutrauchen Dinge zu interpretieren Dinge zu überdenken das Buch wieder und wieder zu lesen und dabei vielleicht noch auf neue Dinge zu kommen hat 104 Seiten laut Verlags Webseite der Comic selber hat keine Seiten zahlen deswegen musste ich es nachschauen etwa DIN A5 Format kostet 14 Euro und ja hat mich tatsächlich sehr begeistert sodass ich dachte den muss ich heute mal vorstellen der ist ja schon ein bisschen älter hat ja schon ein paar Jahre kennt den von euch vielleicht jemand schon inhaltlich habe ich mich jetzt an viel von dem was du erzählt hast gar nicht mehr so erinnert also ist jetzt nicht so viel von der Story bei mir hängen geblieben aber ich erinnere mich auf jeden Fall dass ich irgendwie so die Zeichnung und die Atmosphäre sehr schön fand was ich noch sehr spannend fand war in so einer Recherche die englische Ausgabe heißt I'm Not Here wo ich jetzt nicht weiß wie im Deutschen das Wie Dinge sind bei raus kommt also ich finde so gerade auch wenn es wie bei diesem Comic so viel Interpretations Spielraum gibt ich glaube mit einem Titel wie I'm Not Here gehe ich an die Sache ganz anders ran an die Interpretation von so einer elliptischen Geschichte als mit dem Titel Wie Dinge sind da hat mir der Titel glaube ich nicht wirklich bei der Interpretation geholfen Ja guter Punkt Sehr interessant sieht es auf jeden Fall aus ich würde es sehr gerne lesen und wenn du sagst 104 Seiten wenig Text dann ist man vermutlich auch echt wahnsinnig fix durch mit dem Ding ich finde es optisch sehr ansprechend und frage mich so ein bisschen ob das hier auch ein Traum sein könnte oder zumindest einzelne Episoden davon eher geträumt sind als realistisch gibt es da irgendwie einen Twister oder einen Spin in die Richtung Ne wie gesagt das ist alles Interpretation was den Lesenden dann überlassen ist also der Comic endet auch relativ offen also es gibt eigentlich nie so richtig die Möglichkeit sowas definitives zu sagen zumindest aus meiner Lesart jetzt also vielleicht haben andere den Comic anders gelesen und sagen nee das ist auf jeden Fall so oder es ist auf jeden Fall so wie gesagt beim ersten Lesen habe ich sowieso manche Sachen glaube ich nicht so richtig mitgenommen die ich dann in der Recherche und beim zweiten Lesen dann mitgenommen habe und das was du gesagt hast man liest ihn relativ schnell ja wenn man nicht genug aufpasst man muss halt wirklich die Bilder lesen also wenn man nur den Text liest wie gesagt er hat dann nicht so wahnsinnig viel Text na klar ist man dann schnell durch aber wie gesagt die Geschichte die halt auch über die Bilder transportiert wird wenn man auf diesen genug verweilt und die Bilder liest dann ja dann kommt man auch erst so richtig ran an die die Geschichte die der Comic erzählt also man man darf dann halt doch nicht zu schnell durchblättern oder auf jeden Fall öfter als einmal lesen Patrick was meinst du spricht es sich an optisch auf jeden Fall auch von der Interpretationsmöglichkeit ich gehe fast davon aus dass du den Comic interpretierst je nachdem in welcher Stimmung du bist gerade dieser ich könnte fast schon sagen Lynch artige Aspekt klingt doch sehr interessant also dass hier wirklich viel über die Bildsprache erzählt wird was in vielen Comics leider nicht mehr so gegeben ist weil viel ist in Film und Comics eben über Exposition dass dir angehämmert wird was du zu denken hast klingt nach einer netten kleinen Abwechslung ja sehr gut vielen lieben Dank Andi dann bin ich jetzt dran und möchte reden über ein Rezensionsexemplar das wir bekommen haben das wäre fast in der letzten Ausgabe gelandet kam aber erst ein oder zwei Tage zu spät auf jeden Fall ist es jetzt drin ich möchte sprechen über Gorengar von Shotaro Ishinomori und kurzum das ist quasi ein Manga zu diesem Super Sentai Genre auf dem dann später auch die Power Rangers ja letztlich in irgendeiner Form basieren ich will da jetzt nicht zu weit ausholen aber ihr wisst ich mag die Power Rangers ich mag die Vorlagen ich mag vor allem auch die aktuellen Comics die es gibt und konnte nicht so viel anfangen mit den Comics aus den 90ern die bei verschiedenen Verlagen damals erschienen ist ich würde das Ganze hier auch so viel schon mal vorweg wirklich nur so sehr interessierten Fans empfehlen denn es ist letztlich eine relativ spezielle Geschichte wir haben auch hier ein Team aus Superhelden die haben einen Helm auf und die tragen Anzüge und die können aufgrund dieser Anzüge besonders starke Dinge machen also Dinge heben und springen und rennen und so weiter es gibt hier noch nicht so diese Sorts die letztlich ja für das wenn man so will spezielle sehr japanische Genre dann auch maßgebend sind und vor allem hier in der westlichen Welt dafür auch bekannt sind all dieses Ding so mit die Power und woraus die Power Rangers letztendlich ihre Energie bekommen all das spielt hier noch keine Rolle es ist sehr viel simpler das ganze Ding hier ist eine Luxus Ausgabe im Hardcover und sie beinhaltet im Wesentlichen zwei verschiedene Serien und auch zum Inhalt dieser Serien braucht man eigentlich nicht allzu viel sagen ich möchte trotzdem gern mal die Rückseite kurz vorlesen der Weltfrieden ist in Gefahr denn die böse Geheimgesellschaft Black Cross Army hat das Hauptquartier der Eliteeinheit Earth Guard League in Klammern abgekürzt also Eagle zerstört wie durch ein Wunder überleben fünf Rekruten an denen nun das Schicksal der ganzen Erde hängt mit Hilfe von innovativen Kampfanzügen und einem unzerstörbaren Teamgeist wird aus den unscheinbaren Jugendlichen die geheime Kampfgruppe GoRenga GoRenga das ist halt dieses Wort für diese Gruppe und wer sich mit dem SuperSentai Genre auskennt der weiß dass die immer alle irgendwas mit Renga am Ende heißen gibt es verschiedene wenn man so will Vorlagen aus denen dann auch immer die jeweilige TV Serie für den Westen produziert wurde da gibt es viele tolle Sachen die wir erzählen könnten das passt jetzt hier aber gar nicht so gut rein hier in diesem Manga diesem Hardcover Manga und ich dürfte glaube ich das dürfte der erste Hardcover Manga sein die ich in meinem Leben gelesen habe sonst waren es alles eher Softcover sind zwei Serien drin da sind zum einen ich könnte euch jetzt sagen wo die Serien erschienen sind das habe ich hier auch rausgesucht in zwei verschiedenen Magazinen sind die entstanden ungefähr Mitte der 70er kam das ganze raus das eine ist erschienen in der Weekly Shonen Sunday und die anderen Kapitel die sind erschienen in einem Shogaku Gonensei Magazin weißt du Bescheid denn wir wissen dass Manga in Japan wie damals wie heute oft in diesen Magazinen in diesen regelmäßig erscheinenden Magazinen erscheinen und wenn da eine Serie dabei ist die besonders gut läuft dann wird die nochmal gebündelt gesammelt in irgendeiner Form veröffentlicht gegebenenfalls auch woanders weitergeführt und hier haben wir halt erstmals auf Deutsch diese Zusammenfassung von diesen beiden Serien auf die vor allem denke ich Fans gewartet haben dürften denn naja seit den 70ern ist jetzt schon einige Zeit ins Land gegangen und bis jetzt ging es scheinbar auch ohne ich habe mich trotzdem sehr gefreut das hier mal lesen zu können auch wenn es inhaltlich wirklich super schlicht daherkommt das ist wirklich die auf einfachste Art und Weise gut gegen Böse wir haben immer unseren Anführer Ranger der ist hier in dem Fall der Rote und der ist auch der Letzte der zum Team übrigens hinzustößt und dann erleben die halt so Abenteuer und müssen gegen die Bösen kämpfen gegen diese Black Cross Army die ich erwähnt hatte da geht es mal gegen Roboter da geht es mal gegen was Godzilla ähnliches da geht es natürlich aber auch gegen einfach so Standard Kampftruppen die alle so ein bisschen Karate können und das alles super kurzweilig unmittelbar und ohne zweite Ebene es ist vielleicht ein Stück weit komplexer als diese Comics aus den 90ern die ich hier schon vorgestellt hatte der Power Rangers weil es dann zum Beispiel so Spionage Aspekte mit hat oder es geht an einer Stelle auch um Verrat durch einen guten Freund und so das ist alles ganz cool aber reißt hier jetzt keine Bäume aus es ist ganz interessant dass die ersten Kapitel die in dem einen Magazin erschienen die wurden schon erstellt bevor die TV-Serie damals kam dann gab es die TV-Serie und dann gab es wiederum die zweite Serie die in dem anderen Magazin erschien und in beiden Manga-Serien wird nochmal in leicht veränderter Form auch die Origin dieses Teams erzählt aber es ist halt nicht super komplex es ist letztlich hier ist der Angriff da ist der in Anzug und jetzt kämpft gegen die Bösen also sehr viel mehr ist da nicht drin und es hat mir Spaß gemacht einfach weil es super kurzweilig war ich möchte vor allem mal zwei Sachen zum Artwork erwähnen die ich halt wirklich bemerkenswert finde denn es ist grundsätzlich wenn es um die Figuren geht also ja klar es ist ein Manga es erfüllt da auch einen gewissen Sinne so Erwartungen die ich an Manga habe aber eigentlich finde ich es ist viel mehr noch das was ich von und da sind so Unterscheidungen echt super schwierig ich weiß aber es ist doch super cartoonig auch im gleichen Atemzug wir haben zum Teil recht simple Figuren Füße sind ganz oft einfach so Bälle letztlich und auch die Gesichter sind zum Teil super schlicht und das wiederum unterscheidet sich teilweise gravierend von den Hintergründen die nämlich sehr detailverliebt sein können sehr ausgearbeitet gerade wenn wir auf einer Seite mal irgendwelche Landschaften sehen irgendwelche Berge oder so da ist schon viel viel Zeit in diese Hintergründe geflossen und das finde ich bemerkenswert dass hier gar nicht diese Figuren einfach so scheinbar zumindest die Zeit des Künstlers gefressen haben sondern eher die Hintergründe und was ich außerdem noch erwähnen möchte ist ja dass das Ganze natürlich hier in schwarz-weiß daherkommt also einfach weißes Papier weißer Hintergrund dann damit auch und darauf halt eben schwarz getuscht und schwarz gezeichnet und trotzdem ist es hier relativ easy nachzuvollziehen welchen dieser fünf Go-Ranger oder Go-Ranger wir gerade vor uns haben denn eigentlich sind die ja haben die ja verschiedene Farben das sind in dem Fall Pink, Blau, Rot, Grün und Gelb und die haben natürlich verschiedene Helme und auch der Brustpanzer oder das Brustsymbol ist bei allen fünf vielleicht unterschiedlich aber aufgrund von verschiedener Schraffierungen weil es mal eher quadratisch ist mal eher gar keine zum Beispiel auch Schraffierung hat in den Anzügen und so kann man doch relativ schnell nachvollziehen wer ist das eigentlich hier gerade wenn wir sehen welchen Charakteren folgen wir und das fand ich einfach mal bemerkenswert weil es halt finde ich nicht selbstverständlich ist dass es so gut funktioniert ja ein Comic mit circa 320 Seiten für alle Fans die vielleicht ein bisschen was zu den Hintergründen von den vor allem Power Rangers wissen wollen in die Serie habe ich auch mal reingeguckt die gibt es scheinbar ausschnittsweise zumindest auf YouTube ich habe da überhaupt keine Parallelen zum Manga erkannt außer vielleicht die Anzüge selbst aber ansonsten könnte das jede andere Action Serie sein können ja das zu Gorenga erscheint gerade in der Luxury Edition bei Egmont Patrick hast du Bock ich habe eine Frage ich sehe gerade das Cover wieso haben die da alle Nummerierungen auf den Helm hat das irgendwas mit der Hierarchie zu tun in einem gewissen Rahmen schon also tatsächlich siehst du ja auch dass die der rote der ganz vorne ist der die 1 hat der hat ja auch dieses diese Flügel und da könnte ich dir jetzt zum Beispiel sagen dass wenn du dir die Power Rangers oder auch die Gorenger also das Super Sentai Genre genauer anguckst dann ist vor allem inzwischen wieder immer der rote der Anführer und woran liegt das das liegt daran dass in den ersten Gorengers die Scarp gerade in TV Serie stand jede einzelne Farbe für ein anderes Land da war zum Beispiel ich will mich jetzt nicht genau festlegen welches das war also blau war dann Amerika ich glaube eher so pink ging dann Richtung Frankreich war auf jeden Fall auch mit dabei und rot war natürlich immer der Japaner und der rote der war immer der Anführer ist klar ja also es war immer also oft zumindest gerade in den ersten Staffeln ein Zusammenschluss von internationalen Kämpfern irgendwie und deswegen war der rote weil es halt der Japaner ist das muss natürlich der Chef sein immer auch der Anführer warum da jetzt Zahlen vorne drauf sind das ist wahrscheinlich einfach nur eine Erleichterung dafür dass man sich im Kampf mal eben schnell wiedererkennt die sind auch komplett im Manga so drin ich sehe da auch immer unterschiedliche Symbole auch noch auf den Helmen haben die auch irgendeine große Bedeutung oder ist das einfach nur dass man die auseinander halten kann das ist absolut üblich ja auch bis heute für das Sentai-Genre dass die alle unterschiedliche Helme haben die haben zwar ähnliche Designs sind dann aber doch an verschiedenen Punkten ganz klar voneinander unterscheidbar also es gibt eine Szene in der zum Beispiel diese Nummer 2 der blaue der sowieso einen Pfeil nach oben hat als Sichtvisier in der dieses Visier scheinbar vom Helm weg geht und so eine Art Flug angedeutet wird er sagt sowas wie auf auf und davon quasi wollen sie mit so einem Fluggefährt wegfliegen und es könnte schon sein dass das dann irgendwie so auch dass das vielleicht quasi der Flug Power Ranger ist so in dem Sinne aber das wird so konkret in der Form hier nicht gesagt und dass jetzt natürlich die Frau da in Pink rumläuft und das Herzvisier hat und so naja ich meine das ist halt auch Japan und das waren auch noch Mitte der 70er da saßen Deutschland jetzt auch nicht viel anders aus da mussten halt gewisse Klischees erfüllt werden alles gut aber ja ich würde vielleicht mal reinlesen wenn es beim Gratis-Comic-Tag ausliegt lustigerweise hätte ich fast einen ähnlichen Manga vorgestellt hab mich dann aber wegen der Aktualität dann doch für so zwei andere Comics entschieden aber klingt nach Spaß nach Trashing Spaß also ja zwischendurch gern mal genau Trashiger Spaß Andi würdest du mal reinschauen oder reicht dir meine Zusammenfassung nehm ich ich finde das vielverspannend ich hab den ja auch schon in der Hand gehabt und ich mag gerade so diesen älteren Manga-Zeichen-Stil sogar zu diesen 40er, 50er, 60er, 70er Jahre und ich bin jetzt mit dem Genre nicht so vertraut wie du ich hab ja glaube ich in irgendeiner Folge schon mal gesagt dass ich als Power Rangers bei uns groß wurde genau im falschen Alter war ich hätte jünger oder älter sein müssen um das wahrscheinlich so richtig gutieren zu können aber in dem Alter in dem ich war hab ich das dann halt eher ignoriert und find's jetzt so in der in der Rückschau auf jeden Fall interessant und mir würde wahrscheinlich sowas wie dieser Manga der so mit der Ursprung des Genres ist ähm und eben auch in diesem Zeichenstil das ist wahrscheinlich genauso das wo ich jetzt heute am ehesten zu greifen würde um um mit diesem Genre mal so richtig in Begehung zu kommen lieber Adrian wie ist deine Meinung zu den Power Rangers und vielleicht auch zur japanischen Vorlage kann ich dich hier für diesen Manga gewinnen ja also ich glaube ich war wahrscheinlich sogar im richtigen Alter für die Power Rangers aber irgendwie sind wir trotzdem so ein bisschen an mir vorbeigegangen damals ähm ich hab mich dann mit dem ganzen Genre auch nie so richtig auseinandergesetzt aber ich muss sagen so dieser dieser Retro Manga Style diesen diese 70er Manga Optik die finde ich eigentlich auch ganz cool also wenn dann sehe ich das so ähnlich wie Andi würde ich obwohl ich mit dem Genre bisher nicht so viele Berührungen hatte vielleicht sogar mal reingucken hier ja aus comichistorischer Sicht sicher einen Blick wert und obwohl Luxury Edition draufsteht finde ich hier tatsächlich das Preis-Leistungs-Feld ist sehr gut ja Adrian dann bist du wieder dran mit deinem zweiten Comic für heute okay ja das ist äh preis preismäßig noch ein bisschen besser den Comic gibt es nämlich auch für umsonst ähm also ich stelle vor Friday von Ed Brubaker ähm geschrieben gezeichnet von Markus Martin und koloriert von Munza Vetente und das ist ursprünglich erschienen auf panelsyndicate.com das ist ähm so eine Webseite die glaube ich Brian K. Vaughan zusammen mit dem Zeichner Markus Martin ins Leben gerufen hat ähm ich glaube der erste Comic den sie da veröffentlicht haben war The Private Eye äh was auch einer also ein Comicist den ich sehr abgefeiert hab damals also richtig geile Science-Fiction-Geschichte ähm mit großartigen Zeichnungen und ähm seitdem gucke ich da immer mal wieder rein bei panelsyndicate und eine der neueren Serien ist eben Friday wo sie jetzt Ed Brubaker mit ins Boot geholt haben der ein sehr renommierter äh Comic-Autor ist obwohl ich persönlich von ihm glaube ich tatsächlich noch nichts vorher gelesen hatte und ähm eben vor allem weil ich so ein Fan von den Zeichnungen von Markus Martin und tatsächlich auch immer von den Farben von 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 ich glaube seiner Frau und seiner Tante bin ähm musste ich da mal reingucken und fand's ziemlich super es ist dann auch ähm ich hab auch die Druckausgabe das ist dann äh bei Image erschienen in bisher zwei Bänden mit jeweils drei Heften drin das gibt bisher sechs Hefte auch wenn die Hefte halt nur digital sind und nur die Druckausgabe ähm die äh Trade Ausgabe sozusagen gedruckt erschienen ist ja und worum geht's es geht um es geht um ein äh eigentlich basiert es auf einem Genre das das wir hierzulande wahrscheinlich vor allem kennen von den drei Fragezeichen und TKKG und den fünf Freunden ähm in den USA gibt's dann noch so bekanntere Vertreter wie Nancy Drew und die Hardy Boys und zwar so die ja die die Kinderdetektive also so Kinder und Jugendliche die Kriminalfälle äh lösen meistens in irgendwelchen kleinen Orten meistens haben sie irgendwelche exzentrischen Namen und ähm lösen Kriminalfälle die die Erwachsenen nicht lösen können und auch hier geht es um so ein 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 Jugenddetektiv äh in in einer äh Kleinstadt in äh an der Küste von Neuengland und der heißt Lancelot Jones aber Lancelot Jones ist nicht die Hauptfigur sondern die Hauptfigur ist sein Sidekick ein Mädchen namens Friday und ähm das Ganze spielt aber so ein bisschen nach ihrer Karriere als Kinderdetektive also die haben wohl ihre ganze Kindheit und Jugend lang in dieser Kleinstadt Kriminalfälle genöst zusammen ähm mit mit der Polizei in dem Ort und haben halt so typische Fälle gelöst mit irgendwelchen Schmugglern und weiß ich nicht was was halt so Kinderdetektive gerne machen und dann sind sie aber älter geworden und ähm irgendwann hat Friday sich entschieden okay sie ist jetzt fertig mit der Schule sie verlässt jetzt den äh Ort und geht ins College und ähm Lancelot hat ihr das wohl auch so ein bisschen übel genommen weil sie halt so sein Hauptbezugspartner war aber sie wollte halt äh raus in die Welt und aufs College und der Comic setzt dann ein als sie ähm einige Monate später zum ersten Mal wieder nach Hause kommt es ist Weihnachten das Städtchen ist verschneit und sie kommt zurück um ihre Familie zu besuchen äh ihre beiden Mütter zu besuchen und ähm eben auch Lancelot wieder zu treffen obwohl die Beziehung mit ihm ein bisschen kompliziert ist und naja dann passiert äh eine Menge krasses Zeug ich will jetzt nicht zu viel verraten aber ähm Friday der wir hier als Hauptfigur folgen wird in eine ziemlich düstere Kriminalgeschichte verwickelt die sie dann auch auf eigene Faust lösen muss und ähm es wird relativ schnell klar dass es sich jetzt nicht nur um irgendwie einen verlorenen Hund oder irgendwelche äh Diebstähle handelt sondern um äh nicht nur schlimme Verbrechen sondern auch übernatürliche Dinge dass es da gibt es irgendwelche Lovecraft-artigen Artefakte und geheime Organisationen und man wird da ganz schön reingesorgt und das ist total faszinierend weil es fängt halt so an in diesem Setting man denkt so okay das kenne ich irgendwie halt die drei Fragezeichen Nummer Kinderdetektive aber zum einen haben wir halt diese erwachsene Perspektive dass sie halt da eigentlich schon rausgewachsen sind und daraus so zurückblicken mit so ein bisschen auch gemischten Gefühlen und zum anderen eben diese ähm ja diese Horror-Elemente fast schon und diese Dark-Crime-Elemente die dann die dann da reinkommen und das ist wirklich wahnsinnig spannend und das ist aber eben nicht so inhaltlich total spannend sondern ich bin halt auch wirklich großer Fan von den Zeichnungen von Marcus Martin der wirklich so einen ganz eigenen Stil hat ähm könnte so ein bisschen sagen es geht so Richtung Linie Claire würde man jetzt im Europäischen sagen mit so flächigen Farben und ähm klaren Linien und stilisierten Figuren aber es hat halt auch sehr eigenes und wird auch eben an manchen Stellen ziemlich düster und ähm ist auch erzählerisch einfach richtig geil inszeniert wo du halt ähm auch Action-Szenen hast wo man wo man immer den Überblick über die Szene behält aber es sind super interessante ähm Perspektiven und Kamerawinkeln und Posen gewählt und es ist sieht einfach richtig cool aus und es wird irgendwie durch diese etwas ungewöhnlichen Farben auch perfekt ergänzt ja das würde ich auf jeden Fall kann ich vollstens empfehlen ähm es gibt eben wie gesagt die die Ausgaben die zum Pay-What-You-Want Price auf panelsyndicate.com oder man holt sich die die Softcover Paperbacks für jeweils 15 Euro ne 15 Dollar beim Image Verlag auf Deutsch ist es leider bisher nicht erschienen mal gucken ob das noch kommt aber ich bin sehr gespannt wie es da weitergeht auch weil ich glaube da kommen schon noch ein paar Wände vielleicht kannst du noch mal kurz auch noch mal diese Plattform vorstellen weil wir die glaube ich hier bei den Comic Cookies noch gar nicht hatten die Jungs vom Power Comic Podcast haben schon mal drüber gesprochen aber vielleicht für unser Publikum auch noch mal was genau ist das für eine Plattform was kann man da kriegen und was muss man da eigentlich zahlen also genau es heißt Panelsyndicate und wurde eben gestartet von Brian K. Vaughan glaube ich dem Comic Autor den viele wahrscheinlich von Saga oder von Why the Last Man kennen und die Idee war halt dass sie da Creator-Owned Comics veröffentlichen die ihnen wirklich komplett auch gehören und die sind immer zu einem also nach dem Pay-What-You-Want-Prinzip also man kann sich die gratis runterladen oder man zahlt so viel man möchte irgendwie mit Paypal kann man sich überlegen will ich für eine Ausgabe jetzt zwei oder vier Euro zahlen oder lade ich mir erstmal gratis runter und lese rein und entscheide dann ob ich vielleicht dann für die nächste was bezahle und die haben da eine ganze Reihe von coolen Comics von teilweise relativ renommierten Comic-KünstlerInnen die haben auch mal so ein Spin-Off von The Walking Dead veröffentlicht auch von Brian K. Vaughan geschrieben und Marcus Martin gezeichnet aber es gibt jetzt eben auch ja so Sachen wie Bad Karma von Alex DeCampi oder eben die Ursprungssehe die ich auch sehr empfehlen würde The Private Eye ist eine sehr coole Plattform und man kann die Comics dort immer in verschiedenen Verwarten runterladen also je nachdem ob man es als PDF haben möchte oder es gibt dann noch so Comic Book Reader Files es gibt die Sachen glaube ich immer auf Englisch und auf Spanisch auf Deutsch glaube ich nicht aber es ist ja auch schon ein Beispiel dass es da eine Auswahl gibt und viele Sachen erscheinen auch in so einem Querformat dass es halt so auch auf Computerbildschirmen gut zu lesen ist und gibt es da auch eine App oder liest man das alles direkt am Bildschirm ne das gibt es wie gesagt gibt verschiedene Formate also man kann einfach das PDF runterladen oder eben sich so eine Comic Book Reader ist glaube ich so eine spezielle App die ich nicht benutze aber manche glaube ich benutzen das sind also CBR Files heißen die alles klar mega ok also Friday es scheint mir tatsächlich so ein bisschen auch derselbe Ansatz zu sein wie dieser drei Fragezeichen Comic war es glaube ich den ich vor allzu langer Zeit hier auch der Patrick vorgestellt hat da ist ja jetzt auch irgendwie so ein Ding gekommen das ist glaube ich mehr so als weiß ich nicht Interpretation zu verstehen wo dann letztlich auch nochmal diese Figuren von damals inzwischen erwachsen geworden sind und zurückblicken wie hieß denn der nochmal Patrick kannst du das kurz Rocky Beach genau kennst du den Rocky Beach genau ne obwohl ich tatsächlich gerade den neuesten drei Fragezeichen Comic von Christopher Tower koloriere bin ich nicht dazu gekommen bisher Rocky Beach zu lesen aber es interessiert mich auf jeden Fall auch sehr und da kann ich mir vorstellen dass es Parallelen gibt genau ja es gibt auch einen Film der so ein bisschen ähnlichen Ansatz hat der heißt The Kid Detective weiß nicht vor zwei drei Jahren rausgekommen mit Adam Brody wo es auch um so so ein Kinderdetektiv geht der erwachsen geworden ist und dann mit ein bisschen ernsteren Kriminalfällen zu tun bekommt aber was Friday halt so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal hat A ist es das halt nicht der Kinderdetektiv selber sondern sein Sidekick sozusagen die Hauptrolle hat und B halt das so ein bisschen da diese okkulten Horror Elemente mit rein spielen die dem ganzen so eine sehr spezielle Note geben aber jetzt wird es peinlich hattest du schon gesagt warum das Ding Friday heißt heißt der Typ Friday die Hauptfigur also das Mädchen ist Friday okay sie heißt Friday verstehe ja Andi ich finde das klingt wahnsinnig spannend geht dir das auch so absolut also da kommen wirklich ein Haufen Dinge zusammen die die ich gut finde und das was was Arjen jetzt ja auch gerade mal betont hat dass eben gerade diese okkulten Aspekte in dieser Geschichte dann noch so mit drin sind macht es dann nochmal extra spannend und ja lässt das ganze wahrscheinlich nochmal auch so ein bisschen herausstechen aus anderen Geschichten wie eben den drei Fragezeichen die ja die ja auch schon zumindest als ich klein war fand ich da viele davon auch wirklich gruselig also ja ich habe auch jetzt auch mal wieder kurz in so eine Vorschau-Seite geschaut also auch zeichnerisch finde ich es wirklich gut dass ich Markus Martins Sachen auch schon früher gesehen auch glaube ich noch nichts von ihm gelesen von Ed Brubaker habe ich ein bisschen was gelesen aber auch nicht so viel wie viele andere aber ich glaube ja also ein spannendes Team an dem Buch und auf jeden Fall auch ein spannendes Konzept Patrick wie sieht es bei dir aus würdest du mal reinschauen auf jeden Fall Ed Brubaker geht bei mir sowieso immer ich mag die Schreibe von dem Typ einfach und dass er da jetzt mal einen anderen Spin reinkriegt und das nicht irgendwie mit seiner kriminellen Vergangenheit zu tun hat in Verbindung mit dem Okkulten das finde ich wirklich interessant die Leseproben beziehungsweise was ich hier online sehe gefällt mir auch ziemlich also Ed Brubaker ist kein Geheimtipp mehr aber ich würde auf jeden Fall sofort reinlesen wenn es vor mir liegt ja und ich möchte vor allem wirklich nochmal auf dieses Panel Syndicate hinweisen das ist glaube ich ein sehr interessantes Ding und wir haben hier schon wieder diesen letztlich kleinen aber feinen Schwerpunkt ständig auf das Geld also wir unterhalten uns ja ständig drüber ob jetzt Comics zu teuer und zu billig sind und das ist halt so auch ein bisschen ein schwieriges Thema weil letztlich unterhalten wir uns auch darüber ob wir bewerten hier den finanziellen Wert von Kunst letztlich ja auch und da fließt viel rein in diese Frage will ich sagen wenn ihr den Leuten die diese Comickunst machen vielleicht direkt was zukommen lassen wollt oder vielleicht auch einen Anteil zukommen lassen wollt den ihr selber mit euch selbst aushandelt dann ist vielleicht genau das auch ein Weg den ihr einschlagen könnt ja ich würde tatsächlich noch dazu sagen dass die die Printausgabe zwar schön aber die ist relativ kleinformatig was zu den relativ simplen Zeichnungen ganz gut passt aber das ist so ein bisschen der Vorteil von der digitalen Ausgabe dass man da halt vielleicht dann auf einem großen iPad oder auf einem Computer Bildschirm das sogar ein bisschen größer hat als diese etwa DIN A5 große Printausgabe aber ja ich finde beides cool eigentlich Patrick dann bist du dran mit deinem zweiten Comic für heute ok ich hab hier mit leeren Augen aus dem Splitter Verlag von Diego Agenbau und Juan Manuel Tumburus oder Tumburus ich weiß es nicht auf jeden Fall ist das das erste Projekt von Tumburus als Zeichner und darauf bin ich aufmerksam geworden weil Splitter im Vorfeld schon meinte das ist das übelste oder das düsterste was die jemals rausgebracht haben es hat einen FSK 18 Sticker auf dem Cover es ist eingeschweißt und im Prinzip werdet ihr vom Cover her als Puppenhorror quasi verkauft weil das ist nur so halb wahr also es geht darum dass im Jahr 1916 irgendwo zwischen der Ostfront von Polen und Russland ist so ein kleines Waisenhaus bei dem haben es noch drei Kinder überlebt und die gehen immer wieder zu Kriegsschauplätzen hin und locken verwundete Menschen an mit denen in die Villa zu gehen die wollen denen was zu essen geben was danach passiert kann man sich dann relativ schnell ausmalen jeder der beim Horror Genre bewandert ist checkt das relativ schnell im Comic wird das schon ab Seite sieben relativ schnell klar gemacht dass hier keine Gefangenen gemacht werden und die Kinder laufen auch mit Gasmasken über den Kriegsschauplatz was einfach nochmal symbolisiert ja okay die haben wahrscheinlich schon fast komplett ihre Menschlichkeit verloren dazu kommt dass in dieser Villa sehr viele Puppen mit leeren Augen sind was schon sehr verstörend ist Puppen sind generell irgendwie verstörend aber dann noch mit leeren Augen dann Reagenzgläsern mit Aug-Apfeln der Comic ist nicht wirklich explizit aber die Gewalt die hier angedeutet wird oder was sich dazwischen den Panels abspielt ist schon übel es ist so als hätte Miyazaki einen Film von Gaspar Noe drehen lassen so und diese Kerbe schlägt dass es ist unangenehm zu sehen die Gewaltspitzen sind im kompletten Kontrast zur knuddeligen cartoonigen Optik und der wahre Horror spielt sich für mich eigentlich im Kopf ab was die Kinder dazu gebracht hat zu solchen Monstern zu werden und trotzdem spürst du an den Kindern noch diese Menschlichkeit du merkst schon dass die sehr gebrochen sind dann in einem Haus voller augenloser Puppen sind und an einen Punkt gelangt sind wo sie quasi erzkannibalen werden und das war schon sehr übel da war die Zugfahrt weniger schlimm als der Comic aber hui Spaß macht der Comic nicht aber jeder der unangenehmen Horror mag ist da wirklich gut aufgehoben ich kann es verstehen dass da Eltern quasi sagen nee nee das ist absolut nichts für mich wenn ihr von der Beschreibung schon so angewidert seid lasst die Finger besser davon 80 Seiten erschienen beim Splitter Verlag und das ist ja optisch schon das sind ja kleine Gemälde oder die Hintergründe vielleicht nicht so wie hat dir denn das Artwork gefallen das Artwork fand ich sehr sehr stimmig also da sind ja wirklich die Kontraste da ist auf der einen Seite so dieses bunte von diesen Kinderuniformen von dieser Villa beziehungsweise nicht von dieser Villa von diesem Waisenhaus und dann hast du immer wieder im Kontrast dann so diese Düsternis die auch quasi für die Kinder selber steht also ja es ist gemäldeartig die Gewaltspitzen sind nicht wirklich explizit da habe ich natürlich schlimmeres gesehen aber gerade dass es hier um entmenschlichte Kinder geht macht das schon sehr verstörend und hier hast du wirklich so zwei Fliegen mit einer Klappe wenn du Puppen schon nicht magst und Kinder in Horrorfilm unangenehm sind da hast du hier in diesem Comic deine wahre Freude ja es ist wirklich schön düster ungewöhnlich versplitter ungewöhnlich versplitter wolltest du sagen ja ungewöhnlich versplitter die sind ja sonst mehr so auf dieser Klassiker oder halbwegs nostalgisch verklärten Schiene jetzt mal Zombies ausgenommen aber Horror sind sie nicht so sehr drin in dem Genre auch ein ganz aktueller Comic ja also ich würde mir den schon angucken aber bei Kindern reagiere ich ja immer so ein bisschen zurückhaltend Adrian geht dir das auch so Gewalt und entmenschlichte Kinder dass dich das eher abschreckt als interessiert kommt drauf an also grundsätzlich klar wenn man selber ein Kind hat ist man manchmal sensibler für so Sachen aber in so einem stilisierten Horror Kontext belastet mich das dann doch meistens gar nicht so sehr also ich könnte mir da vorstellen schon mal reinzugucken also es ist schon ganz hübsch gemalt auf jeden Fall und und Horror mag ich ja grundsätzlich sowieso es ist so als hättest du einen Hybrid aus die letzten Glühwürmchen mit so einem puppenartigen Horrorszenario gepaart nur um da mal so einen Vergleich zu ziehen das klingt schon hart ja Andi was meinst du klingt auf jeden Fall interessant was die Zeichnung angeht ich habe es jetzt nur auf dem Telefon gesehen und habe es wirklich lange angeguckt aber ich müsste es mal so richtig in gedruckt und groß anschauen weil ich auch mein erster Eindruck war auch sieht eigentlich nach einem sehr interessanten malerischen Stil aus aber dann wurde ich mir doch nicht so richtig einig ehrlich gesagt es sieht auch nach digital aus und vielleicht auch ein bisschen unfertig aber wie gesagt das ist ein ein ja ein vorschnelles Urteil ich müsste mir wahrscheinlich wirklich mal in gedruckt anschauen ob es mich da dann richtig überzeugt oder nicht aber an sich so von den von den Figurenzeichnungen von den Charakterdesigns und von dem was Patrick so über die Geschichte erzählt klingt es auf jeden Fall interessant die Figuren wie die gemalt sind erinnert fast irgendwie so ein bisschen an diese an diese Kitschgemälde von den weinenden Kindern oder so übercute Kinderfiguren sind halt dann in dieses Horrorszenario reingemalt ja und vor allem es wird auch nicht erwähnt wie die Kinder in diese Situation gekommen sind also wirklich wenn du dir darüber Gedanken machst spielt sich der krankere Horrorfilm noch in deinem Kopf ab und dann hat es noch ein sehr sehr fieses Schlussbild was ich hier nicht spoilern will aber ja der Comic hat einen da schnell durch die Mangel genommen hat bei mir noch ein paar Tage nachgewirkt fand ich unangenehm schön Glückwunsch glaube ich okay mega Andi deiner Seite gekommen der Moment wo du deinen zweiten Comic vorstellen kannst genau und ich stelle gleich mal zwei Comics vor als meinen zweiten Comic verrückte Sache weil ich hauptsächlich die Reihe vorstellen möchte und von dieser Reihe gibt es bisher zumindest zwei Bände und ich hole nochmal ein bisschen aus der Breedstorm hat ja in der letzten Episode den aktuellen Spiru Band Der Tod von Spiru vorgestellt mit dem der Zeichner Olivier Schwarz die Zeichenaufgabe für die reguläre Spiru Reihe übernommen hat und der zuvor mit dem Szenaristen Jan schon drei Spezialbände gemacht hat und Jan und Olivier Schwarz sind jetzt eben auch die Schöpfer der Reihe Atom Agency nachdem der Breedstorm das vorgestellt hat und jedes Mal wenn der Breedstorm Spiru Band vorstellt sage ich immer ja Spiru eigentlich der große Comic-Held meiner Kindertage habe schon seit Jahrzehnten aber irgendwie keinen neuen Spiru Band gelesen außer jetzt mal den Superpagen vor zwei Jahren oder so und sollte ich eigentlich mal blablabla und dann dachte ich im letzten Mal jetzt mache ich hier mal Nägel mit Köpfen jetzt gucke ich mal wieder so ein bisschen was ist denn da so erschienen was kriege ich vielleicht in der Bücherei und habe mir dann eben auch die Sachen von Olivier Schwarz angeschaut und fand seinen Zeichenstil besonders gut das hat mir sehr sehr gut gefallen weil es wirklich so einen retro angehauchten Zeichenstil hat der wirklich an so sehr klassische franko-belgische Abenteuercomics und auch Detektivcomics verweist die ich eben mit denen ich also aufgewachsen bin und dann eben auch in der Recherche also meine erste meine erste Assoziation war Just Zwarte der niederländische Zeichner der ja den Begriff Linie Claire geprägt hat für den Zeichenstil für den hauptsächlich natürlich Hergé mit Timon Struppi und so bekannt ist und andere eben auch noch und in der Recherche habe ich dann festgestellt ja Just Zwarte hat nicht nur den Begriff Linie Claire sondern auch den Begriff Atomstil geprägt der wiederum dann so für die für die nächste Generation steht die so durch die Linie Claire und die École Marchinelle beeinflusst sind und auch Just Zwarte selber wird so in den Atomstil mit zusammengefasst und Yves Chalon mit der Serie Freddy Lombard ist so der große Vertreter und aus dieser Tradition kommt aus meiner Sicht zumindest Olivier Schwarz zeichnerisch eben auch und möglicherweise dass die Hauptfigur seiner Reihe Atom heißt kommt da vielleicht auch mit ins Spiel und ja also wie gesagt zeichnerisch habe ich mich für Olivier Schwarz interessiert und habe dann eben mal geguckt was kriege ich her und in der Bücherei gab es dann eben die Bände Atom Agency der erste Band heißt die Juwelen der Begum ist bei Carlson 2019 erschienen im Original ein Jahr vorher in Frankreich und der zweite Band heißt Kleiner Maikäfer ist 2021 erschienen entsprechend 2020 in Frankreich also mit zwei Jahren Abstand diese zwei Bände wie gesagt Szenarios von Jan gezeichnet von Olivier Schwarz die Farben im ersten Band sind von Hubert und im zweiten Band von Hubert mit Isabel Merlet und die Übersetzung ist von Marcel Lecomte man verzeihe mir wie immer falsche französische Aussprache die Übersetzung muss ich auch gleich vorne wegschieben mir ist es in diesem Fall besonders wichtig den Übersetzer mit zu nennen weil ich von der Übersetzung sehr sehr begeistert war also nicht dass ich beurteilen könnte weil ich erstens den Originaltext nicht habe zweitens ihn nicht lesen könnte aber die deutsche Sprache die Begriffe die auch fallen in diesem Comic haben mich sehr sehr begeistert haben sehr sehr gut ins Szenario gepasst ins Koloriert und in die Zeit der Geschichte die Geschichte spielt im ersten Band 1949 im zweiten Band 1950 also wir befinden uns in Paris kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und es geht eben um die Hauptfigur Atom ein junger Jurastudent dessen Vater Polizist ist und zwar auch in einer höheren Position also ein Kommissar oder Inspektor oder was auch immer also jemand der was zu sagen hat bei der Polizei und Atom möchte aber eigentlich eine Detektivagentur gründen und zusammen mit seiner platonischen Freundin Mimi und als dritte Person kommt dann im Laufe der Geschichte noch der ehemalige Wrestler Jojo der Kreisel dazu und diese drei ergeben dann eben die Atom Agency im ersten Band geht es eben um einen Juwelenraub die Juwelen der Begum die Begum ist die Ehefrau des Aga Khan und diese ganze Geschichte basiert auf einem realen Vorfall dass eben tatsächlich diese Juwelen geraubt wurden damals das habe ich jetzt dann auch nachträglich in der Recherche gefunden und im zweiten Band Kleiner Maikäfer geht es um eine um eine eine Krankenschwester aus dem Zweiten Weltkrieg die nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden ist und die wiedergefunden werden soll das ist mal so ganz minimal runtergebrochen quasi so die Fälle mit denen sich die Atom Agency in diesen beiden Wänden beschäftigt was mich aber richtig begeistert hat bei diesen Comics über die Zeichnung hinaus und über die Farbgebung Farbgebung auch ganz toll sehr satte Farben also ich finde das optisch wirklich ganz 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 toll wenn man franko-belgische Comics mag ich musste mich erst wieder ein bisschen reinfinden weil ich lange nicht so richtig franko-belgische Alben gelesen habe und so durch das größere Format sind ja auch doch deutlich mehr Panels auf so einer Seite als es jetzt bei amerikanischen Comics zum Beispiel der Fall ist die in einem kleineren Format erscheinen aber also zeichnerisch ganz toll aber was mich eben wirklich besonders begeistert hat ist wie die ganze Geschichte hier erzählt wird in beiden Bänden die auch die nicht direkt miteinander verknüpft sind aber man merkt eben schon dass die Figuren von Band zu Band weiter wachsen dass Figuren aus dem ersten Band auch im zweiten Band wieder auftauchen deren Geschichte dort noch weiter vertieft wird deren Hintergrundgeschichte noch weiter vertieft wird und man merkt dass also hier wirklich eine langfristige Charakterentwicklung angelegt ist wo dann jeder Band quasi eine einzelne Episode ist aber man eben doch den Charakteren auch ja bei ihrer Entwicklung weiterverfolgt und die Charaktere nicht in jedem Band immer die gleichen bleiben und das Ganze mit einer erzählerischen Tiefe die mich eben begeistert hat zum einen was so die die Zeit und auch ja das das Lokalkolorit angeht also wir kriegen immer wieder Verweise darauf was die Charaktere gerade die älteren Charaktere wie Atoms Vater und dann auch so verschiedene der Bösewichte was die im zweiten Weltkrieg gemacht haben und welche Rolle dort ja welche Rolle sie da gespielt haben einerseits in der Resistanz oder als Kollaborateure wie Menschen die die heute Verbrecher sind und heute auf der anderen Seite Polizisten sind wie die im Krieg aber auch zusammengearbeitet haben weil sie eben gemeinsam gegen die Nazis gekämpft haben und so und und was das für ihre aktuelle Situation bedeutet einerseits Polizist zu sein auf der anderen Seite aber Gangster zu sein und was das für die nachfolgende Generation wie Atom bedeutet der quasi dabei ist irgendwelche Fälle zu lösen und naja sein Vater ist ja Polizist aber dann ist da noch dieser Gangster und was haben die miteinander zu tun und das sind dann so Geschichten die also über den eigentlichen Fall hinausgehen und eben wie gesagt der Charakterzeichen und dienlich sind und das was den was den Comic dann eigentlich so spannend macht diese über die Charaktere oder die Figuren was zu erfahren deren Vergangenheit zu erfahren und und was wie sie das denn eben auch ihre Gegenwart beeinflusst gerade im zweiten Band gibt es sehr sehr viele Rückblicke dann eben auf auf Ereignisse aus dem Kriegsgeschehen aus dem Zweiten Weltkrieg wo sich die ja die Generationen quasi auch so miteinander unterhalten ein anderer Aspekt der hier sehr sehr interessant ist ist die armenische Kultur also Atom und sein Vater die entstammen also armenischen Familien oder einer armenischen Familie und das ist auch sehr sehr stark in diesem Comic mit präsentiert dieses armenische Familienleben auch armenische Sprache die dann teilweise quasi untertitelt ist oder auch teilweise dann so unten da steht das ist zu zu rüde um es zu übersetzen also wo man weiß sind halt Schimpfwörter und das heißt das ist auch etwas was der der Charakter Zeichnung mit dient was der der ganzen Kultur Zeichnung mit dient wie ist das jetzt hier also für armenische Menschen die in Frankreich leben im Krieg gekämpft haben und jetzt eben in verschiedenen Positionen sind oder auch ja die die armenische Kultur pflegen mit bestimmten Festen oder Riten und all solchen Dingen also soweit ich das verstanden habe ist ist der Szenarist Jan wohl auch aus aus einer armenischen Familie ich weiß nicht wie das bei Olivier Schwarz ist aber das finde ich also sehr sehr interessant wie das alles in diesen diesen Abenteuer Comic in diesen Abenteuer Krimi Comic mit einfließt und wie gesagt für mich als Lesenden das ganze eben wirklich über ein Niveau hinausgehoben hat was mir jetzt einfach nur das Lösen des Falles gegeben hätte und all diese weiteren Aspekte in dem Comic ist das was es eigentlich so spannend gemacht hat also von daher bin ich sehr sehr gespannt bisher gibt es auch in Frankreich nur diese zwei Bände ich nachdem ich auch der französischen Sprache nicht möchte ich bin ist meine Recherche arbeite auch sehr sehr eingeschränkt was eben das Erscheinen eines dritten Bandes angeht habe ich keine Informationen dazu leider aber ich war also wirklich total begeistert als ich diese Comics gelesen habe und war da sehr 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 tief drin ja genau von daher also ich habe jetzt dann auch angefangen mal eine des Büro Bände zu lesen mit mir Operation Fledermaus den den ersten des Büro Spezialband den Jan und Olivier Schwarz zusammen gemacht haben ausgeliehen und bin da gerade so in der in der Hälfte aber wer jetzt auch tatsächlich mal an eine moderne franco-belgische Comicreihe mal mal greifen will die die kein Klassiker ist die sich zwar auch auf Klassiker bezieht die aus dieser Tradition kommt aber eine sehr sehr moderne frische Erzählweise da mit reinbringt ist bei Atom Agency meiner Meinung nach sehr sehr gut aufgehoben würde ich also sehr dringend empfehlen wie gesagt zwei Bände bei Carlsen haben jeweils 54 Seiten und kosten 12 Euro das Stück jetzt hast du gemeint das ist ja Krimi glaube ich hast du es genannt und damit geht für mich ja immer auch eine Erwartung einher dass da eine gewisse Spannung auch drin ist wie sind so das Spannungslevel wie ist so dieser Spannungsarg aufgebaut funktioniert das ja also es sind auch recht ruppige geschichten dahingehend also es sind durchaus tatsächlich rohe Kriminalfälle die dann angereicht hat sind durch diese ganzen anderen Elemente und diese Kriegsgeschichten und so aber ja es geht schon auch darum diese diese Fälle zu lösen aber eben das das lösen dieser Fälle spült dann eben also diese diese Vergangenheitssachen und dieses so das das was unter der Oberfläche liegt mit nach oben dass eben Atom immer mehr erfährt was da eben so im Krieg passiert ist und wie die Beziehung seines Vaters zum Beispiel zu einem der Gangster ist weil die sich halt aus dem Krieg kennen und jetzt aber auf unterschiedlichen Seiten stehen und all sowas also von daher auch da deutlich spannend und teilweise nicht nicht sehr sehr nicht sehr sehr oft in dem Comic aber es gibt schon auch sehr brutale Elemente also wenn dann eine eine Figur dann auch durch durch Kopfschuss getötet wird und man dann auch die Leiche und das Blut an der Wand so zu sehen kriegt also von daher auch ja in einer gewissen Weise realistisch und nicht geschönt und auch was so die Zeit angeht also ein sehr sehr kleines Beispiel aber was ich trotzdem sehr sehr interessant fand man sieht mal in einem Panel im Hintergrund eine eine Prostituierte stehen von der ein ein Freier gerade weg geht und sie steht da so in Unterwäsche und man sieht ihre Achselhaare also etwas was man so sehr sehr selten sieht in Comics oder Filmen der letzten 50 Jahre wahrscheinlich im neuen Dungeons and Dragons zum Beispiel auch Achselhaare und solche kleinen Details die hier eben drin sind wenn eine Geschichte Ende der 40er 150 Jahre spielt wo das wahrscheinlich noch normaler war als wir es aus unserem Alltag jetzt heutzutage vielleicht kennen oder aus den Medien wie es uns präsentiert wird also das solche kleinen Details hier so mit mit drin sind fand ich erzählerisch dann eben hat es dem Ganzen dann noch mal so eine so eine weitere Fülle und auch so eine weitere Erwachsenheit mitgegeben Ja finde ich schon schon auch interessant was du da alles sagst scheint mir so ein bisschen ja auch wirklich also vollgestopft zu sein mit Dingen die ein einfach so ein so ein Mosaik letztlich ein Mosaik von verschiedenen Themen und dazu noch dieses wirklich tolle Artwork was ich in der Leseprobe sehe ist das so eine Serie die dann auch so Twists hat und so Also klar wie gesagt also gerade dadurch dass man ja die Geschichte so in gewisser Weise zumindest aus Atoms Sicht erzählt bekommt der als junger Mann eben den den Krieg jetzt nicht so ganz aktiv miterlebt hat weil er dafür zu jung war aber eben über die ältere Generation da jetzt dann immer mehr Dinge erfährt und und das ganze ja die 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 seine Bezugspersonen ja Bezugspersonen auch mit prägt also kommen doch immer mehr so Geheimnisse auch ans Licht also es ist jetzt nicht so ein Scooby-Doo Twist dass man sagt Mensch am Ende der Vater war der Bösewicht oder so und jemand wird die Maske runtergezogen und mit dir hätte ich nicht gerechnet also diese Art ist es nicht aber wie gesagt so diese 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 Vielschichtigkeit und das eben auch die die Geschichte dass so der Kriminalfall nur nur ein Teil des Ganzen ist aber dass eben so die Präsentation der 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 Zeit und der Kultur und und wie wie war so das das Leben in Paris nach dem Krieg wie ist die Situation dass man das eben alles so so mit erzählt bekommt also dass das ist wirklich ein 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 Reichtum an Geschichte den man wahrscheinlich so von den klassischen franco-belgischen Alben wo dann auch so die Figuren sich nicht so richtig weiterentwickeln sondern ebenso in jedem Band quasi wieder so die gleichen sind da nicht so sehr kennt also ich mag das eigentlich nicht immer so dann zu sagen ja das ist so wie man es jetzt von HBO Serien oder so kennt ja wenn Figuren sich weiter entwickeln und eben über mehrere Staffeln eine Geschichte erzählt wird und so also aber irgendwie ist es wahrscheinlich doch schon ein bisschen so nicht in so sehr dass wie gesagt die das direkte dass man im ersten Band jetzt nicht eine volle Geschichte bekommen würde sondern der Fall der Begum oder die Juwelen der Begum ist schon ein Fall und kleiner Maikäfer ist auch ein Fall aber eben die Figuren die wiederkehren entwickeln sich weiter und kriegen immer mehr Hintergrund interessant und letzte Frage noch dazu das ist jetzt das sind jetzt zwei Bände gewesen der dritte ist auch wohl in Frankreich noch nicht erschienen das ist also scheinbar durchaus auch als Fortsetzungsgeschichte irgendwie so konzipiert also es könnte theoretisch noch länger laufen oder sind es immer abgeschlossene Handlungen für sich da habe ich jetzt das habe ich wahrscheinlich überhört also wie gesagt die die Fälle die behandelt werden sind in den einzelnen Bänden abgeschlossen also man kann die Bände einzeln für sich lesen aber die ganzen wiederkehrenden Figuren also Atom, Mimi, Jojo der Kreisel, der Vater, verschiedene Gangsterfiguren die in beiden Bänden auftauchen da ist auf jeden Fall immer noch deutlich mehr Geschichte vorhanden da gibt es noch mehr rauszufinden das ist das was es dann eben was dem ganzen so einen Seriencharakter geben kann ich hoffe sehr darauf dass da weitere Bände kommen weil ich sehr sehr interessiert daran bin mehr darüber zu erfahren was eben all diese Figuren abseits des jeweiligen Falles so miteinander zu tun haben. Ah ja Adrian kennst du die Reihe? Ja also ich bin bin ja auch irgendwie langjähriger Spiro Leser und Fan und fand die die Spiro Spezialbände von Jan und Schwarz auch ziemlich klasse ich habe Atom Agency noch nicht gelesen aber bin sehr gespannt darauf ich glaube ehrlich gesagt sogar dass das irgendwie noch irgendwo auf einem meiner ungelesenen Stapel hier in der Wohnung rumliegt der erste Band aber abgesehen davon dass ich sowieso anhand von den Spiro Sachen die die beiden gemacht haben schon sehr gespannt drauf war klang das was das jetzt Andi dazu erzählt hat auch noch mal richtig cool und ich glaube ich muss das mal raussuchen und und ein bisschen weiter oben in den Stapel legen. Patrick ich weiß dass du auf jeden Fall auch Spiro Fan bist ich vermute mal hier würdest du auch mal reinschauen. Ich würde mich nicht unbedingt als Spiro Fan bezeichnen aber ich lese viel Spiro und ich habe auch der Tod von Spiro in der Zwischenzeit gelesen obwohl ich letztes Mal noch gesagt habe ach ja ich warte noch ein paar Jahre ich bin schon allein durch der Tod von Spiro jetzt schon so dermaßen angefixt dass mich das neugierig macht auf der anderen Seite werde ich es dann wieder beräumt wenn ich dann jahrelang auf ein Sequel warte aber das klingt schon sehr interessant und cool gemacht. Ja tatsächlich wäre das auch von meiner Seite aus wirklich mal was ich bin jetzt nicht so der Spiro Fan offensichtlich aber da würde ich glaube ich gerne mal reingucken. Super. Dann ist mein Moment gekommen wo ich über etwas reden möchte das schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Die Rede ist vom erstmals 1983 erschienen V wie Vendetta von Alan Moore und David Lloyd. Das ist wieder so ein Comic den habe ich aus meinem Regal gezerrt weil ich den halt noch nicht gelesen hatte und weil ich einfach hier gerne im zweiten Comic den ich vorstelle einfach Klassiker vorstellen möchte. Comics die man schon immer mal gelesen haben musste und so und da ist der jetzt halt eben auch auf der Liste gewesen und ich habe es absolut nicht bereut. Das Ding wie gesagt 1983 erstmals erschien genau wie auch dieser Miracle Man den ich vor nicht allzu lange Zeit vorgestellt hatte erschienen da die ersten Ausgaben ursprünglich auch in diesem Warrior Magazine in Großbritannien und auch hier das wissen die meisten von euch vielleicht die den Comic noch nicht gelesen haben gibt es ja auch eine recht bekannte Verfilmung von mit Natalie Portman die da auch eine wesentliche Rolle spielt und ich habe die nur noch ganz dunkel in Erinnerung gehabt wusste aber noch die wesentlichen Plot Points weshalb ich jetzt hier nicht großartig sag ich mal überrascht worden bin im Comic aber falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und wollt den Comic lesen dann wie gesagt macht euch vorher über den Comic her denn der Film ist natürlich aufgrund also ist einfach ein bisschen reduzierter aber bleibt inhaltlich doch wie ich finde und soweit ich eine dunkle Erinnerung habe relativ nah an der Vorlage also Alan Moore ich glaube dazu haben wir bei Miracle Man schon zu ihm haben wir schon eine Menge gesagt und zu David Lloyd dem Artist dem wir das Artwork zu verdanken haben kann man auch gar nicht so sehr viel mehr sagen denn ich habe mal geguckt was der noch so gemacht hat und außer dass der zwischenzeitlich selbst als Autor tätig ist ist seine Vita also ist überschaubar hat mal ein bisschen Hulk gemacht er war mal auch ein bisschen dabei bei beim Hellblazer hat er Kleinigkeiten gemacht bisschen Sandman und eine weitere eine Menge weitere Reihen die ich jetzt nicht unbedingt kenne auch was namens Night Raven aber am bekanntesten ist er tatsächlich hier für V wie Vendetta und warum habe ich den überhaupt hier den habe ich mal gekauft weil das wie gesagt muss ich halt kaufen weil man hat den halt zu Hause das gehört sich halt so als Comic-Fan und deswegen habe ich mir den gekauft noch in so einer super coolen Box mit dieser Maske ja und das ist nicht etwa also diese diese auch oft mit dieser Hacker-Gruppe oder generell den Aktivisten Anonymous 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 ja ja genau in Verbindung gebrachten Gruppe aber das ist ja nicht etwa wie wir Experten wissen die V wie Vendetta Maske nein das ist ja eigentlich die Ray Fawkes Maske Guy Fawkes Guy Fawkes heißt er und da habe ich mich nur kurz belesen was der gemacht hat der hat quasi irgendwann 500 noch was zwischen was war es ich kann es hier sehen 1605 da war das hat er versucht das britische Parlament in die Luft zu sprengen ist jetzt auch gar nicht weiter spannend außer dass das eine gewisse Parallele zum Comic hat aber die das ist quasi dessen Maske worum geht's eigentlich in V wie Vendetta V wie Vendetta spielt genau ungefähr zwölf Monate lang und die Handlung beginnt am 5. November 1997 das heißt also als das ganze Ding erstmals 83 hatte ich gerade gesagt erschienen war das die Zukunft da war das noch was das hätte so passieren können das war nicht vollkommen ausgeschlossen und wir haben hier ein fiktives Großbritannien nach dem quasi dritten Weltkrieg der dritte Weltkrieg war ein Atomkrieg weite Teile der Welt sind absolut verstrahlt unter anderem Kontinentaleuropa ist quasi nicht mehr bewohnbar eventuell gibt es hier noch die Russen das wird hier nicht so ganz klar ob es die Amis gibt weiß ich auch nicht so genau was es aber auf jeden Fall noch gibt ist Großbritannien oder viel eher noch England noch genau genommen aber es ist halt nicht mehr das England wie wir es meinetwegen Anfang der 90er oder auch heutzutage kennen es ist ein totalitäres ein faschistisches England nach dem dritten Weltkrieg hat das Volk natürlich versucht in irgendeiner Form zu überleben und wie das in Zeiten von Krisen ist haben es hier quasi die Faschisten geschafft ein Staatssystem zu etablieren an dessen Spitze sie stehen und sie haben wir das Volk unter Kontrolle und zwar auf volles Rohr mit Propaganda zum Beispiel ja da gibt es halt diesen einen Fernsehsender ich glaube der wird auch die Stimme sogar genannt da gibt es einen Computer der quasi vorgibt wie das Volk zu leben hätte und ob es den Computer wirklich gibt oder ob das einfach nur ein Typ ist der in ein Mikro spricht all das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter detailliert besprechen aber naja da gibt es auch einen Führer und da gibt es auch verschiedene Staatsorgane und die schränken vor allem die Freiheit des Volkes ein ob das Volk da jetzt so im Detail drunter leidet oder nicht was die Alternativen wären das wird in VW Vendetta gar nicht so richtig gesagt aber es geht hier letztlich um den namensgebenden V oder V das ist der Typ der diese Maske trägt und der ist ein Anarchist der möchte diesen faschistischen Strukturen Einhalt gebieten und das tut er hier in diesem Comic der in drei große Teile untergliedert ist wie gesagt Handlungsverlauf ist ein Jahr und diese drei Teile die letztlich die Geschichte erzählen wie er Stück für Stück Anschläge verübt und dann so viel sei jetzt schon mal vorweg gespoilert am Ende für den großen Schlag gegen das System ausholt diese drei Teile die machen sich vor allem daran bemerkbar wo die Unterschiede zwischen drei Teilen liegen an einer jungen Frau die er nämlich gleich zu Beginn des Comics trifft die hat auch einen Namen ich will mich nicht festlegen da bin ich leider gerade sehr schlecht vorbereitet aber sie ist Ivi oder? Ivi ja doch dankeschön Ivi ist es passend zu V ja stimmt Ivi fantastisch und sie ist zu Beginn ist sie 16 und wir also sie versucht sich halt als Prostituierte sie wird geschnappt Prostitution ist scheinbar nicht nicht offiziell zumindest in diesem England da gestattet und sie ist noch eine ganz unschuldige zumindest unschuldig wie man eben nach dem dritten Weltkrieg sein kann wenn die eigene Familie auch teilweise in Lager abgeführt worden ist und um einen rum alle irgendwie leiden so eine 16-jährige ist sie und sie wird dann von unserem Ivi Vendetta quasi aufgenommen er ist wirklich ein absoluter Gentleman und im Rahmen seiner Möglichkeiten bietet er ihr ein schönes Leben also ein bisschen so dieser naive Beginn im zweiten Teil geht es eher darum dass wir sie unsere Ivi ein bisschen genauer kennenlernen was ist eigentlich mit ihr sie macht so eine gewisse Entwicklung auch durch und im dritten Teil ist quasi diese Entwicklung ich rede gerade ganz allgemein um nicht zu krass zu spoilern aber im dritten Teil ist diese teilweise doch recht gravierende Entwicklung die sie durchmacht innerhalb dieses einen Jahres ist sie dann quasi abgeschlossen und sie ist sagen wir mal deutlich gereift da kann man zu den Comic-Gruppen einordnen und im Endeffekt ist es hier eine Auseinandersetzung von Alan Moore und David Lloyd mit den Themen Freiheit Unterdrückung da sind jedes zweite Panel ist quasi zitierbar also da sind so viele Monologe dabei von diesem V wie er auch vor allem zitieren zum Beispiel aus Theaterstücken aus Musik auch ganz viel hier äußert zu diesem faschistischen System das in diesem England hier etabliert ist das ist schon das wirklich ganz viel tolles zitierbares Zeug dabei und es wird natürlich auch seine Origin geklärt gerade im ersten Teil das ist ganz spannend wo kommt der eigentlich her es wird glaube ich nie so genau gesagt warum er jetzt explizit diese Maske trägt ich bilde mir ein die Frage wird nicht beantwortet das kann man so ein bisschen natürlich wenn man weiß wer Guy Fawkes war sich da ein bisschen eins und eins zusammen zählen aber ich glaube es wird im Comic nicht explizit erläutert aber wir kriegen letztlich seine Origin erzählt ja und so viel sei mal gesagt er ist auch wie auf dem Titel draufsteht die ganze Geschichte ist eine Vendetta gegen Leute die ihm und anderen Menschen was angetan haben und er will jetzt hier quasi die Anarchie ausrufen die auch aus seiner Sicht eine andere Form von Ordnung letztlich zur Folge haben muss also es ist ganz interessant wie er sich dann auch zu solchen Punkten äußert was ist eigentlich Anarchie und was ist jetzt hier eigentlich Volksbegehren und so ist alles wahnsinnig spannend das ganze kommt daher in einem für diese Zeit würde ich sagen typischen Artwork eine reduzierte Kolo die mich hier aber überhaupt nicht stört im Gegensatz zu der Hellblazer Besprechung die wir hatten wo ich jetzt auch nicht sagen würde dass sie mich gestört hatte in Original Sins aber die ich teilweise einfach für nicht gut oder unnötig hielt ist sie hier durchgängig korrekt also es haben immer die richtigen Leute die richtigen Farben das ist schon mal nicht selbstverständlich und dadurch wird vor allem auch super einfach diese die Stimmung präsentiert das ist ein sehr düsterer Comic hier passieren schlimmste Sachen hier werden Menschen hingerichtet auf schlimmste Art und Weise also ich sag mal so ein konkreteres Beispiel es gibt hier keine alten Leute keine Seniorinnen und Senioren die wären in Heimen und in diesen Heimen naja sind sie nicht lange ein Rentensystem Pensionssystem gibt es hier nicht in einer Welt die natürlich als die müssen sich ja alle selbst versorgen es gibt ja letztlich nur die Insel es gibt hier sehr begrenzte Ressourcen und innerhalb dieser dann auch korrupten Strukturen da zu überleben ist für alle Beteiligten ein Kampf wir haben eine Menge Charaktere soweit ich dunkle Erinnerungen habe haben nicht alle diese Charaktere den Sprung in den Film auch geschafft was aber auch ganz okay ist denn zeitweise musste ich schon sehr aufpassen wer hier eigentlich gerade was erlebt aber ich finde dass alle Charaktere im Laufe dieses Comics einen würdigen Abschluss bekommen und wenn sie ein paar mehr Panels bekommen und dann erstmal nicht mehr auftauchen dann können wir uns sicher sein dass sie im Laufe des Comics nochmal wiederkommen das ist halt ganz toll wie hier auch dann diese Möglichkeiten des Comics genutzt werden beispielsweise also ich möchte jetzt hier mal zwei Szenen exemplarisch rausgreifen das eine ist eine Art Drogentrip da ist so ein Typ der steht tierisch auf Puppen und der geht halt total drin auf Puppen zu sammeln und der wird dann weil er halt quasi ein Böser ist damit konfrontiert dass diese Puppen alle verbrannt zerstört werden warum hat er eigentlich diese Puppen für was stehen diese Puppen was hat er früher gemacht dass ihn jetzt dazu treibt eventuell Puppen zu sammeln und so und das Ganze ist so ein bisschen so ein Psychotrip und diesen Psychotrip der wird warnt der wird halt gut dargestellt der wird halt toll inszeniert das finde ich ganz schön wenn halt dieses absurde das ansonsten recht realistische Szenario Einzug hält das finde ich gut ja auch es gibt später noch einen Drogentrip da funktioniert es ähnlich gut das hat mir auf jeden Fall gefallen und auch dass es mir im Laufe des späteren Comics häufiger aufgefallen wobei man könnte fast sagen in den jeweiligen Highlights der drei Akte ist das regelmäßiger der Fall das zu Parallelmontagen gibt unser wie hält dann Monolog das kann unterschiedlichstes Zeug sein das kann etwas sein was er unser Evie gerade erzählt oder halt eben wie gesagt ein Zitat aus irgendeiner kulturellen Vorlage und da werden dann Parallelbilder gezeigt von Figuren die wir schon kennen und denen passiert dann da gerade irgendwas und das passt schon immer irgendwie auch da kann man das was gesagt wird immer auch irgendwie gut zu interpretieren das finde ich toll ich kann mir vorstellen dass der Comic auf jeden Fall an Wert und an der Haltung noch gewinnt wenn man die Vorlagen kennt das ging mir jetzt zeitweise nicht so und ich kann mir vorstellen dass der auch noch mal gewinnt wenn man den im Original liest ja Alan Moore auf Original lesen ist wahrscheinlich mega die Herausforderung auch das hatten wir bei Miracle Mansion mal kurz besprochen aber ich glaube und obwohl die deutsche Übersetzung mir eigentlich ganz gut gefallen hat ich hatte jetzt keine Verständnisprobleme oder so dass hier und dort einfach die ein oder andere Raffinesse so in der Form vielleicht nicht zu übersetzen war was ich mal so ein bisschen kritisch anmerken möchte sind zwei Punkte was die Interaktion von Evie und wie angeht zum einen ist es ja so dass unsere wie hier wie gesagt so einen krassen Wandel durchmacht ja sie hat in der Mitte des Comics einen sehr einschneidenden psychotischen Moment also es ist kein Moment ist eine Phase eine längere und ich finde einfach dass es für ein Jahr innerhalb dieses ein Jahres alles ganz schön schnell geht von einer wirklich nach ich glaube sie ist 16 oder 17 zu Beginn und am Ende ist sie also ist von dieser unschuldigen kleinen jungen Frau überhaupt nichts mehr zu spüren ich finde dass es innerhalb dieses einen Jahres das geht mir zu schnell wenn man das mal realistisch sehen möchte und zum anderen ist es so dass an diesem psychotischen Moment ist unser anderer Protagonist der wie letztlich schuld also der verursacht die Situation der hat damit auch einen Zweck das eine Absicht die er die er da umsetzen möchte und es wird dann aufgeklärt aber hier von Übergriffigkeit zu sprechen wäre eine Untertreibung also das ist das ist psychische Gewalt er braucht sie psychisch um halt dann ein Ergebnis zu erzielen von dem er hofft dass es für alle Beteiligten besser ist und das kann ich nicht gutheißen also sorry das würde ich heutzutage so in der Form das könntest du heutzutage auf jeden Fall so nicht mehr bringen und es ist mir auch wirklich negativ aufgestoßen ich hätte mir gewünscht man hätte auch damals schon und ja wir reden hier von Anfang der 80er in einem underground Magazin in UK da vielleicht eine andere Lösung gefunden hätte und seien es halt nochmal ein Drogentrip gewesen oder so ich glaube dass ich weiß nicht ob ich das besser gefunden hätte aber das in der Form hier mochte ich nicht so weil es einfach zu krass ist es nimmt ja man könnte sagen es sorgt dafür dass unser Protagonist ist der wie unser V dass der ein bisschen ambivalenter ist und dass der halt nicht nur gut ist so in dem Sinne aber das fand ich fand ich unangemessen V wie Vendetta das ganze Ding gibt es inzwischen in verschiedensten Versionen ich habe hier die mit 288 Seiten gehabt da war hinten noch ein bisschen Bonusmaterial dabei und irgendwelche Storys die es wohl nur in diesem Magazin geschafft haben die aber nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun hatten und es gibt inzwischen auch eine richtig dicke aber eigentlich auch nicht mehr erhältliche Absolutedition mit noch mehr Bonusmaterial die gibt es dann auch im Hardcover ich kann V wie Vendetta auf jeden Fall empfehlen es ist auch wirklich auch so ist ja so ein Krimi und Thriller wir verfolgen ja die komplette Handlung oder zumindest sagen wir mal den ersten Teil da verfolgen wir so ein bisschen die Polizei dabei wie sie halt versucht rauszubekommen wer ist denn eigentlich der V warum macht er was er macht und wie können wir den jetzt auch ergreifen und so also ist das das schon irgendwie Krimi auch auch wenn das im Laufe der Handlung weniger wird aber das fand ich dermaßen gut interessant und ja auch faszinierend dass ich mich auch schon entschieden habe was ich hier bei der nächsten Ausgabe besprechen möchte das wird auch ein Krimi und das werden Abschlussbände einer Krimi Reihe die vor gar nicht allzu langer Zeit auch nochmal neu aufgelegt worden sind auch bei Panini Comics da seid unbedingt mal gespannt Jo V wie Vendetta ein Comic zu dem schon viel gesagt wurde und zu dem wir auch viel sagen können Patrick du hast doch bestimmt auch damals den Film gesehen oder wenn dem so ist weißt du ob der sehr nah an der Vorlage war ich habe nicht nur den Film gesehen ich habe auch David Lloyd auf der Frankfurter Buchmesse mal persönlich sehen dürfen sehr sympathischer Zeichner er hat mir während er ein Guinness getrunken hat den Ursprung meines Namens erklärt Steffen gratuliert er auch regelmäßig zum Geburtstag also schon allein wegen dem Zeichner finde ich die Reihe beziehungsweise den Comic ursympathisch und ich habe auch sogar noch den Vergleich zum Film dabei also im Film ist es ein bisschen arg runtergekürzt im Prinzip ist es nur auf I wie und V zentriert während der Comic wirklich quasi alle Gesellschaftsschichten abbildet und den Einfluss von wie darauf zeigt ich finde es auf der einen Seite schon cool dass man hier unseren vermeintlichen Helden dass man ihn schon sehr demontiert also es ist quasi Batman nur dass du nie Bruce Wayne siehst auch wenn die Origin quasi erklärt wird aber du siehst ihn quasi nie ohne Maske und er wird nie vermenschlicht also du hast ihn die ganze Zeit als sehr ambivalent da ja bei dieser einen Stelle beziehungsweise bei dieser einen Passage schlägt er schon etwas zu sehr über die Stränge dass er fast schon mehr ein super Bösewicht ist als ein super Held aber ähnlich verhält es sich auch für mich mit Guy Fawkes also der wird so dermaßen hochstilisiert obwohl er auch nicht wirklich so der Held ist beziehungsweise der Revoluter der quasi der immer hochgelobt wird einfach deswegen weil er auch Regierungsgebäude in die Luft gesprengt hat da schon fast terroristische Ansätze hatte oder vielleicht sogar terroristische Ansätze hatte und das Ganze jetzt auch noch quasi wieder zweckentfremd wurde für Anonymous also ähnlich wie bei Fight Club hat man hier quasi den Kontext komplett falsch verstanden und hat etwas ähnlich Schlimmes gemacht sorry nein nix gegen Anonymous aber ich meine nur viele Leute haben die Aussage von VW Vendetta so falsch verstanden dass die ähnlich radikal vorgehen wie VW Vendetta und ähnlich war es ja auch damals mit Fight Club dass das einige das Vorwand genommen haben um sich die Fresse einzuschlagen was ich so ein bisschen bedenklich finde und weswegen ich dann irgendwann nicht mehr mit VW Vendetta Shirt rumgelaufen bin weil einige dann dachten ich gehöre zu Anonymous offensichtlich du alter Hacker ja komplett ja das Ding kam mit 83 raus deswegen muss man es auch ein bisschen einordnen also ich denke als er damals erschienen ist da also so viel sei mal verraten vom Ende es wird ja wirklich auch bis zum Schluss nicht so richtig geklärt wer unter der Maske steckt weil es ja eigentlich auch egal ist ähnlich und da hast du den Vergleich auch schon gezogen wie Batman ist es ja letztlich auch so dass eigentlich die Idee die hinter VW Vendetta also hinter dem V steckt die ist es ja die er gern verbreiten möchte es geht gar nicht darum wer steckt hinter der Maske sondern wofür steht die Maske und könnte nicht ein jeder diese Maske tragen und diese Ideale vertreten das ist ja so ein bisschen diese Botschaft die dann wahrscheinlich auch so diesen Impact vermutlich letztlich gehabt haben soll oder gehabt haben wird das war 83 garantiert voll neu und voll cool und so inzwischen ist es halt schon an vielen Stellen irgendwie in der Form auch mal Thema gewesen und deswegen ist es vielleicht jetzt gar nicht mehr so mega überraschend aber für ja den die Frage von von Anarchie und Demokratie und Umgang halt mit mit Regierung und so ist es glaube ich heute wie damals schon auch noch noch irgendwie relevant ja ob es da wirklich genau diese Maske hätte sein müssen kann ich auch nicht direkt beantworten hätte ich mir vermutlich was ganz anderes oder halt eben Anonymeres ausgesucht es ist wie bei House of Scales wo die Salvatore Dali Maske quasi umfunktioniert haben ja also hätte es das sein müssen ich glaube nicht aber ich finde es trotzdem ikonisch und ich bin dankbar dass DC damals eingesprungen ist weil das wurde ja ursprünglich über das Warrior Magazine vertrieben die sind pleite gegangen und DC hat die dann quasi unterstützt und dann das letzte Drittel also den letzten Teil quasi zu Ende führen lassen Adrian ich gehe stark davon aus dass du das auch gelesen hast wie ist denn deine Meinung zu VW Vendetta ja ich habe das auch gelesen und es war schon eine ganze Weile her bestimmt irgendwie 15 Jahre oder so aber ich weiß noch dass ich auf jeden Fall sehr beeindruckt war davon und dass ich das eben ja also sowohl irgendwie so dieser leicht superheldenartige Aspekt davon als auch irgendwie die politische Dimension ähm was ganz sehr so ein bisschen wahrscheinlich als Kritik an der Thatcher-Regierung gedacht war damals und den den faschistoiden Tendenzen die Alan Moore da gesehen hat und das Ganze dann in die Zukunft weitergesponnen und ähm ja ich habe das damals auf jeden Fall ziemlich abgefeiert und war dann auch so ein bisschen enttäuscht muss ich sagen von dem Film der zwar ja gar nicht so weit weg ist vom Comic und äh auch an sich ganz gut gemacht ist aber für mich hat der so ein bisschen die die zentrale Aussage verwässert also so eine der eine der Thesen des Comics ist ja ähm also wie gesagt irgendwie die Regierung also äh das Volk sollte sich nicht vor seiner Regierung fürchten sondern die Regierung sollte sich vor ihrem Volk fürchten ähm und gibt damit auch so ein Stück weit dem dem Volk eigentlich die Schuld daran dass sie sich sozusagen unterdrücken lassen von der Regierung weil eigentlich ähm wenn das Volk sozusagen gemeinsam aufsteht äh hätte es die Macht die Regierung zu stürzen und das ist in der Verfilmung so ein bisschen verwässert dadurch dass die Regierung dadurch als sehr allmächtig böse dargestellt wird und das Volk sind die armen unterdrückten ähm und das liegt sicher auch daran dass man halt einfach diesen Fokus auf die beiden Hauptfiguren hat und nicht so sehr diese ganzen Einblicke in die verschiedensten Aspekte von dieser futuristischen englischen Gesellschaft bekommt aber ja also für mich auf jeden Fall ein verdienter Klassiker und ein sehr cooles Ding auch wenn ja also ich kann das jetzt gar nicht mehr so gut beurteilen aber es gab auf jeden Fall Teile von dieser ambivalenten Figur wie die man heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders erzählen würde aber ja ja ein Klassiker sagt der Adrian Andi würdest du ihm dazustimmen? ja bei mir ist es auch so 20 Jahre her dass ich den gelesen hab damals gab es so eine Schwarz-Weiß-Ausgabe die hab ich damals gelesen und ja Film hab ich auch gesehen aber ich bin da auch nicht mehr so tief drin was bei mir auch immer hängen geblieben ist tatsächlich hauptsächlich ist dass man den wirklich so in seiner Zeit als Kritik des Thatcherismus lesen muss und sich da wahrscheinlich auch noch mehr belesen kann zum historischen Hintergrund wenn jetzt nicht weil ich weiß nicht was für Ausgaben ist da gibt was die vielleicht dann an Bonusmaterial noch so mitliefern die einem vielleicht noch irgendwie was dazu erklären ähm ich glaub dass der damals wahrscheinlich recht radikaler Comic war auch eine radikale Kritik war eben an den sozialen Strömungen oder politischen Strömungen in England zu der Zeit und von daher ja also es ist ein Klassiker ich glaube es ist auch ein gutes Zeitdokument und auch ein ein Dokument dahingehend zu zeigen wie Comics eben auch in ihrer Zeit politisch sein können liebes Publikum liebe Hörende gern seid ihr eingeladen falls ihr es gelesen habt diesen Comic gelesen habt oder auch einen der vielen anderen Comics gelesen habt uns mal Feedback zu hinterlassen gern auch in diesen Chatgruppen die wir haben hier auf Telegram und Signal zum Beispiel da tauschen wir uns regelmäßig über Comics aus falls ihr einen dieser Comics gelesen habt die wir heute besprochen haben dann tauscht euch doch gern mit uns in diesen Gruppen aus oder aber ihr habt vielleicht sogar den Comic gelesen den wir jetzt vorstellen werden gemeinsam besprechen wir ihn in der die Rede ist vom Comic zur Sonne und zur Sonne erscheint jetzt irgendwie bald glaube ich ganz offiziell dachte ich zumindest und dann habe ich im Vorgespräch für diese Episode erfahren dass der schon mal erschienen ist die Rede ist von einem Comic von unter anderem Matthias Lehmann aber ich glaube sehr viel mehr Details kennt der Adrian erzähl doch mal was weißt du zur Sonne wann kam der denn jetzt eigentlich raus ja also die es gab da schon mal eine eine Vorausgabe die Matthias Lehmann im Selbstverlag veröffentlicht hat ich glaube 2019 ähm ich habe ihm den damals auf der Comic Invasion Berlin abgekauft und das hat er genau hat er dann einfach als Softcover selber gemacht ähm zu der Zeit hat er gerade an seiner großen Graphic Novel Parallel gearbeitet die ja letztes Jahr glaube ich erschienen ist bei Reprodukt und wollte glaube ich einfach bis er damit fertig ist mit dem riesen fetten großen Buch äh mal kurz was anderes haben was er auch noch auf seinen an seinen Messeständen verkaufen kann und hat dann mal eben zwischendurch so ein paar Dutzend Seiten rausgehauen und verschiedene FreundInnen gefragt ob sie ihm da ähm Teile der Story schreiben also die Idee ist halt es spielt alles in einer Bar namens zur Sonne so ein ja ein bisschen runtergekommene Wirtshaus Säffe äh und es gibt eine zentrale Figur den Wirt von dieser Bar und da gibt es dann verschiedene Episoden die andere Figuren beleuchten die in dieser Bar vorbeischauen und die dann jeweils eben von diesen wechselnden AutorInnen geschrieben sind ähm und äh aber alle von Matthias gezeichnet sind und ja vorweg bevor ich dazu irgendwie meine Meinung abgebe kann ich schon mal sagen dass ich nicht ganz unbefangen bin also zum einen bin ich halt mit dem Matthias Lehmann ganz gut befreundet und der hat auch schon diverse Comics in Jazam veröffentlicht und dann ist auch äh eine der AutorInnen die Katja Klingel meine Freundin und ich konnte denen die Entstehung von ihrem Script auch so ein bisschen mitverfolgen ja Okay danke dafür die Einordnung ganz aktuell erscheint er eben jetzt nochmal bei Reprodukt die auch schon parallel veröffentlicht hatten und dem Grunde nach habe ich mich da mega drauf gefreut ich hatte den jungen Mann auch vor nicht allzu langer Zeit mal im Interview gehabt und ich glaube wir hatten den sogar auch hier in der CCA besprochen den Parallel habe ich das richtig in Erinnerung Jungs war das jetzt der oder haben wir das eine Solo Besprechung also ich habe den nicht gelesen wenn muss das ohne mich gewesen sein okay naja auf jeden Fall toller Comic und ich habe schon mega Bock drauf der ist mir hier nochmal angeboten worden jetzt in Vorbereitung auf die bald anstehende Buchmesse in Leipzig da auch für alle Hörenden nochmal der Hinweis Ende April ist die Buchmesse in Leipzig da gibt es ja auch immer diese Manga und Comic Con da werde ich dieses Jahr erstmalig aufschlagen und habe auch schon wieder unzählige Termine gemacht für tolle Interviews ich bin mir noch nicht ganz sicher wie und wo die veröffentlicht werden aber ich wäre jetzt nicht überrascht wenn davon das ein oder andere hier auch bei den Comic Cookies zu hören sein wird wollte ich das diesmal nicht über Monat strecken möchte und in Vorbereitung dafür hätte ich auch die Gelegenheit gehabt mit dem Matthias nochmal zu sprechen da habe ich mir ausnahmsweise mal gespart weil unser Interview zu Parallel noch nicht so lange her ist aber trotzdem bekamen wir vorab die PDF für zur Sonne und ich habe das gern und schnell und fix durchgelesen und fang mal so an also das Ganze ist ja letztlich hier das fand ich auch von der Anthologie dazu sagen sollte aber diese Geschichten die hier drin sind das sind an der Zahl fünf Stück die haben so schmissige Namen wie Gemetzeltes White Wildste Boxen Gute Ute und Zur Sonne und das Ganze das wusste ich nicht so genau wie ich damit umgehen soll das ging halt ratzfatz und ich hatte echt das Gefühl ich lese hier eigentlich einen Spin-Off zu Parallel weil das Ganze hätte auch irgendwie Parallel eben zu dieser Parallelhandlung spielen können ich weiß nicht genau wann das jetzt hier von der Zeit angesiedelt ist haben wir jetzt die Handys es ist schon deutlich moderner wahrscheinlich auf jeden Fall als Parallel es könnte irgendeine Form von Spin-Off sein weil natürlich die Optik quasi dieselbe ist aber ich finde sie ist deutlich weniger ausgearbeitet als bei Parallel also ich möchte jetzt nicht von Schlichter sprechen aber deutlich weniger ausgearbeitet als bei Parallel und es ist aber letztlich dieselbe Stimmung und auch unser Protagonist gerade dieser von dir hat er angesprochen Barmensch das ist derselbe Typ wie aus Parallel da gibt es auch ja diesen Typen um den es geht die sehen sich super ähnlich und das sind alles Sachen die sind mir aufgefallen deswegen habe ich mich gefragt okay ja ist ja nett ein Spin-Off aber warum eigentlich und warum so kurz jetzt auch nach Parallel aber da war es gut dass du das jetzt nochmal aufklären konntest also wenn überhaupt es ist ein Prequel und es ist ja wohl auch Parallel quasi entstanden ich fand es gut also Parallel zu Parallel ja genau also ich fand es schon gut aber auch wirklich also ich habe das auch so schnell wie ich es gelesen habe auch ehrlich gesagt wieder vergessen muss ich konkret so sagen es gibt einzelne Szenen die sind mir im Kopf geblieben aus diesen jeweiligen Kurzgeschichten aber so insgesamt leidet das Komplettwerk darunter dass es eben keine durchgängige Geschichte ist das ist mein eigentlich auch schon Fazit zur Sonne Andi kannst du das nachvollziehen? also natürlich möchte ich dir deine Meinung nicht abreden von daher kann ich es auch nachvollziehen und du hast jetzt natürlich auch noch so ein bisschen den die Leseweise dadurch dass du Parallel gelesen hast das ich nicht gelesen habe von daher bin ich mit Matthias Lehmanns Hauptwerk dahingehend nicht so vertraut ich habe ja mal diesen diesen Kinderabenteuer Mini-Comic von ihm vorgestellt dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe die Reise eventuell? ne ne ohne und Hase ja genau das war's das war's das ist das einzige was ich von ihm kannte und das ist dann stilistisch auch ganz anders und farbig und so von daher also diesen reduzierten Stil mochte ich gerne also ich hatte jetzt von dahingehend keine Berührungsschwierigkeiten mit dem Comic es kommt daher und ich glaube das ist auch Absicht des Comics wie eben so eine Episodengeschichte die der Protagonist ist quasi die Kneipe das ist ja so eine klassische Eckkneipe auch wenn es nicht an der Ecke ist und Geschichten die sich dort zutragen also es gibt diese Rahmenhandlung um Frank den Wirt und seine Familie und das Bild zu den Anfang und das Ende des Comics dann eben auch aber eigentlich das was dazwischen passiert sind Geschichten von Gästen oder auch arbeitenden Menschen in und um diese Kneipe und diese Geschichten dann eben von verschiedenen Menschen geschrieben wir haben ja ich weiß gar nicht ob wir alle Namen schon erwähnt hatten von den Menschen die da mitgebreitet haben es sind auf jeden Fall Katja Klengel Matthias Lehmann eben natürlich Nina Hoffmann und Sascha Herrmann und ja ich weiß nicht wie Matthias Lehmann auf die einzelnen Leute zugegangen ist und welche Parameter er ihnen gegeben hat um diese Geschichten zu schreiben sein Zeichenstil fügt es aber dann ja doch eben so in ein Ganzes dass man jetzt nicht von Episode zu Episode irgendwie rausgerissen ist von daher ist es auch kein Anthologie Comic dass wirklich unterschiedliche Menschen eigene Comics gemacht hätten aber eben diese einzelnen Episoden und ja ich musste ihn über ja mit mehreren Ansätzen lesen was aber an meinem Gesundheitszustand lag und nicht am Comic das ist mir die Woche da ein bisschen schwer gefallen den dann so am Stück zu lesen also ich fand das einfach zum einen ein sehr sehr interessantes Projekt das man glaube ich nicht so häufig bei uns sieht dass ein Mensch einen kompletten Comic zeichnet aber eben Episoden von unterschiedlichen Menschen geschrieben sind das fand ich schon mal recht sympathisch den Zeichenstil mochte ich gerne und die Geschichten an sich ja es sind einfach so Vignetten aus dem Leben von unterschiedlichen Figuren manchmal mehr Ausgabe manchmal detaillierter manchmal knapper und auch ein bisschen offener wo man dann selber auch noch mehr Geschichte dazu ergänzen kann zu diesen Figuren ich fand das ein recht sympathisches Ding und jetzt so mit diesem Hintergrund wissen auch dass das quasi so ein so ein Nebenprojekt war neben der eigentlichen Hauptarbeit so fast schon so als als Mini-Comic eben für hauptsächlich für Messen finde ich das eine gute Sache also das das macht das Ganze dann tatsächlich nochmal nochmal sympathischer und also ja also mir hat es mir hat es recht gut gefallen Patrick wie waren deine Eindrücke nach dem Lesen bei mir kam wieder dieses Phänomen auf wenn man so eine PDF-Datei liest also nicht den Comic in der Hand hat dass man dann erstmal verwirrt ist warte mal wieso springt das jetzt in der Handlung hin und her bis es dann bei der zweiten Episode Klick gemacht hat und ich schon verstanden habe dass es so Geschichten um diese Kneipe zur Sonne sind ich fand es auch sympathisch ich hatte da keine Anknüpfungsschwierigkeiten jetzt vom Anfang abgesehen ich hab mich nur gefragt wieso der Hauptcharakter der diese Kneipe betreibt wieso der keine Vertretungsschichten hat dass er da die Familie komplett vernachlässigt dass er da wirklich erstmal komplett nicht unsympathisch aber bisschen inkompetent wirkt es gibt es muss doch irgendwo Vertretungsschichten geben dass er es irgendwie schafft Zeit für die Familie zu finden habe ich mich gefragt aber danach fand ich das schöne nette kleine melancholische Kneipen Storys die mich unterhalten haben leicht depressiv aber sehr kurzweilig zu lesen ja ich glaube das sind wirklich so Geschichten die erleben so Menschen in Kneipen gerade wenn du halt so ein Ding führst und da dann wirklich Leute ein und aus gehen das ist ja noch eine relativ menschliche Geschichte das muss man sich einfach auch mal vor Augen führen für viele Menschen ist die Stammkneipe um die Ecke mehr als triffst du auf Leute auf die du über Jahre hinweg triffst in einem gewissen Rahmen sind das dann wahrscheinlich Freunde irgendwie auch du baust schon auch irgendeine Form von Beziehung zu diesem Barkeeper dann auf und das sind so Sachen die kommen hier halt irgendwie auch durch genauso gibt es aber auch diese Figuren die nur einmal in deine Kneipe kommen die nur einmal ein Getränk trinken aber die du trotzdem dein Leblang nicht vergisst und all das sind so Aspekte die in diesem Comic hier dann natürlich noch mit auftreten das fängt der Comic gut ein wie ich finde und macht ihn in der Form auf jeden Fall auch zu was Besonderem der Andi hat auch gemeint dass es nicht so selbstverständlich ist dass wir hier einen Zeichner haben der von verschiedenen Autoren letztlich Dinge umsetzt auch das denke ich kann man so bestätigen es ist halt nur wirklich so ein bisschen im Fahrwasser von parallel und es setzt sich meines Erachtens zu wenig davon ab ob das jetzt ein Kritikpunkt ist liebes Publikum mit dem ihr leben könnt oder nicht das müsst ihr für euch selbst entscheiden aber ich denke einfach dass es da zu wenig es ist wie die B Seite einer Platte so ein bisschen für für die Rezeption wahrscheinlich auch einen Unterschied ob man jetzt irgendwie dieses die Softcover Ausgabe aus dem Selbstverlag sich an der Messe geholt hat und denkt okay das ist eine spannende Fingerübung oder ob man sich das Hardcover aus dem Reprodukt Verlag holt und erwartet dass das Nachfolgewerk parallel ist und dann merkt dass das jetzt ein bisschen schneller gezeichnet das ist ein bisschen eher so episodisch experimenteller das macht sicher einen Unterschied aber grundsätzlich finde ich einfach die diese Idee das so zu machen zu sagen ich denke mir ein Setting aus und Milieu und lade dann verschiedene AutorInnen ein da dabei zu tragen und diese Episoden beizusteuern eigentlich schon ziemlich cool und ziemlich einzigartig und macht das Ganze für mich schon auch lesenswert würde ich sagen habt ihr denn Favoriten Storys also gibt es gibt es eine Geschichte die ihr besonders gut findet oder eine die euch nicht so gefallen hat also ich kann kurz sagen ich finde wie gesagt bin ich ganz unvorhergenommen gute gute finde ich super white von Nina Hoffmann finde ich auch sehr gut gemetzeltes hat bei mir nicht ganz so eingeschlagen das war mir ein bisschen zu irgendwie dreckig und düster aber ja ich meine dir ganz ehrlich ich bin das echt bei dir also so so ungefähr hätte ich das jetzt auch aufgezählt also die Rahmenhandlung ist auf jeden Fall schon mal nett das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz gut gelungen aber tatsächlich von diesen mittleren Episoden wie gesagt sie sind ja teilweise auch deutlich unterschiedlich in der Länge aber ja also ich stimme dir da so weit zu also dadurch dass ich das so in einem Rutsch so weggelesen habe täte ich mich jetzt schwer das zu unterscheiden da war keine schlechte dabei so viel kann ich auf jeden Fall sagen Patrick was meinst du bei gemetzeltes hat mich lustigerweise auch die Härte erschreckt weil der davor eigentlich relativ harmlos war und dann kommen die damit an dass ich auch okay netter Stilbruch da merkst du dann aber auch dass da andere Autoren dran waren sonst bin ich da bei euch bei der Reihenfolge manche Episoden waren eben feinfühliger manche wirken ein bisschen ich sag ich will jetzt nicht unbedingt gewollt sagen aber von der Handlung nicht ganz so ausgegoren als die die sich mehr Zeit genommen haben Mensch da würde ich auf jeden Fall glaube ich nochmal was von Matthias zu hören wollen vielleicht muss ich mir in Leipzig doch schnappen gute Jungs habt ihr noch was zu unserer gemeinsamen Besprechung zu zur Sonne oder sind wir fertig damit ich das klingt als cooles Ding genau da oben auch hier liebes Publikum wenn ihr es gelesen habt dann meldet euch gern wir wollen auch von euch unbedingt wissen wie es euch gefallen hat dann sind wir fertig wir haben ein bisschen über zwei Stunden über Comics gesprochen hatten dabei viel Spaß ich zumindest sage ich das einfach mal so ich habe auch für uns gesprochen keine Ahnung ich bin jetzt übergriffig ihr kennt mich ich freue mich tierisch auf die leipziger Buchmesse und würde mich auch freuen wenn ihr mich mal ansprecht vielleicht habe ich den ein oder anderen Button von den Comic Cookies noch mit dabei ihr erkennt mich entweder an dem Käppi auf dem das Comic Cookie Symbol drauf ist oder am Käppi auf dem das Tele-Stammtisch Symbol drauf ist die beiden Optionen gibt es und ja wäre geil euch zu sehen lieber Adrian lieber Patrick lieber Andi es war mir eine wahre Freude heute mit euch zu sprechen ich habe noch einen kleinen Hinweis ja wenn die Folge draußen ist ist wahrscheinlich auch so der erste gemeinsame Podcast von Breedstorm und von Sandra von Booknapping oder Drei Frauen ein Comic raus der taumaturgische Lesekreis da ist er jetzt wahrscheinlich sehr bald zu hören ich werde die Tage wahrscheinlich noch mal eine Umfrage entweder bei Telegram Signal oder Twitter oder Instagram posten ich habe von meinem Chef von seinem Umzug so ein paar Star Wars Comics geschenkt bekommen und da lasse ich mal voten welchen ich denn besprechen soll beziehungsweise welchen ihr mir davon empfehlen könnt war ich noch zu faul da jetzt ein Bild zu posten aber das hole ich die Tage nach also dass das noch relativ frisch ist wenn ihr diese Folge dann hört fantastisch da freuen wir uns drauf ja und dann jetzt aber wirklich noch noch kurz alle einladen in knapp einem Monat bei der Comic Invasion Berlin vorbeizuschauen für alle die in Berlin oder in der Nähe sind da werde ich auch einen kleinen Stand haben und das macht immer Spaß bist du in München dieses Jahr wahrscheinlich aber wahrscheinlich ohne Stand verstehe haben wir jetzt noch was oder kann ich abmoderieren sorry alles gut dann danke ich meinen Herren hier in der Runde sehr liebe Grüße an den Breedstorm vielen Dank lieber Adrian lieber Andi lieber Patrick sehr gerne war mir eine Freude bis zum nächsten Mal tschüss tschau tschau tschüss tschau 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 tschau